Hallo und willkommen zum Homeoffice am Wochenende. Liebe Leute, hier ist die Ausgabe 4.22 und weil wir die ganze Woche mit den Vorbereitungen für den Kongress in Braunsbetra beschäftigt waren, haben wir diese Sendung schon ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Deswegen gibt es nichts Tagesaktuelles, sondern wir haben uns für zwei zeitlose Themen entschieden. Zum einen sprechen wir mit Diplom-Ingenieur Ulf Teubner, jemand aus der großen Noviso-Familie, über die Energieversorgung in Deutschland und was es für einen Einfluss auf die Energiewende überhaupt haben kann. Und zum zweiten sprechen wir über den Fall Möllemann. Der Journalist Helmut Reinhardt kennt sich damit sehr gut aus, weil er ist zum einen selber passionierter Fallschirmspringer gewesen und er hat auch wirklich viel Detailwissen zu diesem Fall von 2003. Also Jürgen Möllemann und die Energiedaten aus Deutschland, das gibt es heute beim Homeoffice. Ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Guten Tag die Herren, hallo Frank, hallo Ulf und auf einen neuen Flug. Schön, dass ihr dabei seid. Einen wunderschönen guten Samstagabend. Yes, wir sind Samstagabend. Ja, hallo Robert, hallo Frank, hallo Zuschauer und Community. Ja, hallo Ulf. Ulf aus Estland, sage ich immer. Du warst unser Gesprächspartner in Sendung 137. Pi mal Daumen, drei Jahre her muss das in etwa sein. Im Übrigen haben wir diese Woche Geburtstag, haben wir gar nicht erwähnt. Und am 14. März 2020 waren wir das allererste Mal im Homeoffice auf Sendung. Und das heißt, wir haben die vier Jahre gerissen. Wahnsinn, hey. Aber Ulf, du warst in Sendung 137 dabei, hast uns damals aus Estland berichtet, warst später auch nochmal dabei. Und du verpasst ja auch keinen unserer Kongresse, ja. Und wie man an deinem Outfit sieht. Ja, du bist nur wie so Gruppi. Dafür vielen Dank. Aber nicht nur das. Du bist auch Experte für eine bestimmte Sache, über die wir heute sprechen wollen. Aber am besten, ja, sagst du das selber, bevor ich jetzt hier irgendwie was Falsches sage. Also, Ulf, wo ist deine Expertise, die wir heute zum Besten geben? Also, ich habe studiert Vermessungswesen in Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und arbeite seit circa 20 Jahren, also ziemlich genau 20 Jahre sogar, Februar 2004, im Baubereich. Verschiedenste Sachen, Brücken, Tunnel, Straßen, Gleise habe ich wenig gemacht, aber Brücken und Tunnel hauptsächlich und aktuell Straße. Dazu gehörte zum Beispiel ganz am Anfang die Strelas Unquerung, da bin ich direkt nach dem Studium hingekommen, drei Kilometer Brücke nach Rügen. Der junge Ingenieur Ulf durfte dann gleich mal loslegen. Und, ja, und daher kenne ich das Bauwesen nicht nur in Deutschland auch, sondern auch im Ausland. Ich war ein paar Wochen in Norwegen oder Schweiz und sogar mal ein halbes Jahr in Katar für einen Tunnel. Das war ein Kühlwassertunnel für ein Gaskraftwerk, was dort neu gebaut worden ist. Und, ja, das war ziemlich interessant. Also, du bist ein Praktiker, du bist ein Mann vom Fach, du bist Ingenieur, du hast studiert, du bist seit 20 Jahren unterwegs und guckst dir die Welt genauer an. Du hast uns aber heute ein Thema mitgebracht. Es geht nicht um den Fehmarn-Belt-Tunnel oder sonst irgendwas, sondern es geht um ein großes Thema, was uns alle betrifft, nämlich Klimatechnik, Klimawandel, Klimawende, alles zusammen. Wie bist du auf das Thema gekommen? Was kannst du uns da sagen heute? Also, ich bin auf das Thema gekommen, hauptsächlich, weil ich in meinem Bereich hier überall merke, CO2 einsparen hier. Man kriegt alle zwei Wochen eine E-Mail, überall einsparen CO2. Wir müssen das auch schaffen mit der Energiewende. Und überall hängen auch Plakate rum, ja, wir schaffen das und wir retten das Klima. Und das ist eigentlich ziemlich, ja, was soll ich dazu sagen? Das sind alles Techniker, die müssten eigentlich verstehen, dass das gar nicht machbar ist. Und so möchte ich auch der Community hier mal so ein paar Tools an die Hand geben, auch ganz offizielle Quellen, damit sie auch in ihrem Umfeld mal zeigen können, hey, hier, guck dir das mal an. Das wird halt nie funktionieren mit der Energiewende. Völlig unabhängig davon, ob der Klimawandel jetzt zu 0 Prozent oder 100 Prozent von Menschen verursacht ist. Das ist eigentlich eine Sekundärfrage für mich. Das wird halt einfach nicht funktionieren. Und das wollte ich hier mal zeigen. Das sind ja gleich zwei sehr spannende Aspekte, ja. Wobei die eigentliche Streitfrage, ob nun Menschen gemachter Klimawandel oder nicht, völlig egal ist. Aus der Sicht eines Ingenieurs sagst du, die Energiewende, so wie sie jetzt geplant und umgesetzt wird, ist illusorisch und utopisch. Lass uns da gerne einsteigen, weil das ja wirklich ein Thema ist, wo Expertise wirklich gefragt ist. Kommen wir gleich mal zu der Gretchenfrage. Ist es überhaupt realistisch, mit den Mitteln, die wir jetzt im Prinzip bei der Energiewende anwenden, den globalen CO2-Ausstoß irgendwie nennenswert zu reduzieren? Dazu müsste man sich halt erst mal, und das habe ich gemacht, angucken, wie setzt sich denn die globale Energieversorgung überhaupt zusammen. Und ja, da gibt es eine Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also kein Schwurbler-Medium, würde ich mal behaupten. Und da erkennt man die Primärenergieversorgung der Welt. Ich habe es jetzt gerade hier auch eingeblendet, also wir können das jetzt alle sehen. Ihr seht es auch, ja? Ja. Diese Grafik. Okay, ich habe es hier oben, Bundeszentrale für politische Bildung, hier bpp.de, das ist der Link. Und da finden wir diese Grafik, die du mir geschickt hast. Genau, und diese Grafik ist relativ einfach gehalten. Ich finde das auch ziemlich gut. Die Quelle dieser Grafik steht unten, das ist die IEA, also Internationale Energie Agency, vermute ich mal. Da steht es auch hinten dran, ja? International Energy Agency, genau, hier, ja. Genau, und auch eine seriöse Quelle, nehme ich an. Und die Einfachheit ist, schön zu erkennen, nur zwei Datensätze, einmal 1973, einmal 2020. Und man erkennt erstmal, in dem Zeitraum von knapp 50 Jahren hat sich der globale Energieverbrauch, Primärenergieverbrauch, mehr als verdoppelt. Und man erkennt auch die Anteile von den Primärenergie-Trägern. Was sehr auffällig ist, ist halt, dass Öl, Kohle und Gas halt 80 Prozent im Jahr 2020 ausmachen. Genau wie 1973, da hat sich quasi nichts geändert. Na, da waren 86 Prozent, also minimal was geändert. Ja, okay, gut, das ist ein bisschen besser geworden, okay. Ja, aber dieses Besser-Gewordene ist ja, vier von diesen sechs Prozent gehen auf die Kernenergie zurück. Die hat sich um vier Prozent... Ja, jetzt aber auch wieder reduziert wurde. In einem Land. Mindestens bei uns, nicht global. Nicht global, nee. Ja, aber hier reden wir ja zum Beispiel nicht über CO2-Emissionen, ja? Also da müssen wir ja auch noch in CO2-Emittenten und Nicht-Emittenten, also sprich grüne Energie, unterscheiden. Ja, und die sind ja hier, also da gab es ja offensichtlich erste Bestrebungen damals schon, die grüne Energie ist 2020 dazugekommen. Aber wenn man mal so genau guckt, 2,5 Prozent, ja, damit lässt sich jetzt schwer das Klima retten, oder? Genau. Und also für mich gibt es bloß zwei Möglichkeiten, wie man das Klima retten will. Wenn man Gas, Öl und Kohle radikal reduziert, das geht eigentlich nur mit radikalen... Vorausgesetzt, ja, anthropogen oder nicht, das lassen wir jetzt mal völlig außen vor, ja? Wir sehen jetzt mal als Grundkenntnis, CO2 muss reduziert werden, ja? Das ist jetzt mal die Prämisse. Genau. Auf jeden Fall ist oder nicht. Genau, obwohl wir das nicht unbedingt teilen. Das ist okay, alles klar, ja. Das ist nicht die Frage, die wir heute hier irgendwie klären wollen. Und wenn man das jetzt reduzieren würde, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wohlstandsverlust in großem Maße für 99,9 Prozent der Weltbevölkerung. Das wäre eine Lösung. Also andere Lösungen sehe ich hier nicht, weil der Ausbau von Biomasse, Kernenergie und Wasserkraft und Erneuerbaren in dem Maße, das ist aus meiner Sicht illusorisch. Das einzige vielleicht Kernenergie etwas, aber das werden ja 20 Mal so viele Kernkraftwerke wie heute existieren. Moment mal, Bevölkerungsreduktion, das ist natürlich ein hartes Wort, aber das ist jetzt aus der ganz rationalen Gesicht eines Ingenieurs, der jetzt überlegt, okay, hier ist jetzt Grafik, Statistik, wie sieht es aus, wie können wir lösen? Da ist das natürlich erstmal eine ganz rationale Lösungsvorschlag. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was los ist seit 2020, Pandemie, Krieg, Hunger, noch mehr Krieg, Selbstmordraten steigen, warum auch immer, Geburtenraten sinken, warum auch immer, diskutieren wir heute auch nicht. Aber da könnte man ja schon durchaus unterstellen, dass da tatsächlich so ein Bevölkerungsreduktionsprogramm, Ja, nee, ich will es lieber nicht unterstellen, ja, das ist ja sowieso falsch, da kann man nichts Richtiges sagen. Aber jetzt mal rein hypothetisch gesehen. Also gerne kann ja irgendeiner mir Links zuschicken oder eine Nachricht schreiben, wie er sieht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Ich sehe bloß die zwei, Wohlstand und Bevölkerung oder die Kombination aus beidem. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ich präferiere, Wandel mitnehmen, mit dem Wandel leben, sich mit dem Wandel arrangieren. Es leugnet ja niemand den Klimawandel, sondern die Streitfrage ist ja, ob anthropogen oder nicht und ob man überhaupt noch was dagegen machen kann. Also Kampf dem Klimawandel sozusagen, ja, den Klimawandel aufhalten ist die Prämisse. Aber wie wäre es denn einfach als noch dritte Möglichkeit zu sagen, wir arrangieren uns einfach damit. Wir haben Modelle, wir wissen, welche Regionen unbewohnbar bleiben und so weiter und so fort. Und Bevölkerungswanderungen hat es schon immer gegeben. Migration ist sowieso ein großes Wort, ja, wäre das ja auch noch eine Option, weil ich meine, der Klimawandel, der kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja ein Prozess, der sich womöglich sogar über Generationen streckt. Und da kann man ja durchaus flexibel sein. Also wäre jetzt mal meine Möglichkeit, den Wandel akzeptieren und möglichst nicht versuchen, den irgendwie aufzuhalten und zu bekämpfen, sondern sich damit arrangieren, quasi in Harmonie mit der Natur. Die Variante wäre wahrscheinlich sogar billiger. Um einiges, ja, um einiges. Und humaner wahrscheinlich. Weil der Gedanke ist ja berechtigt, was ist denn, wenn uns der Kampf gegen den Klimawandel, den wir hier grafisch dargestellt haben, wo wir feststellen, ja, im Prinzip passiert da gar nichts. Du sagst als Ingenieur, das ist unillusorisch und utopisch. Aber was passiert denn, wenn wir uns gar nicht mit dem Klimawandel vorausschauend quasi arrangieren, sondern davon ausgehen, ja, wir müssen jetzt quasi alles dafür tun, den Klimawandel quasi zu bekämpfen, ihn aufzuhalten, damit er gar nicht stattfindet. So, das bedeutet, wir sind in dem Moment, wo er dann stattfinden wird, weil wir eben ihn nicht aufhalten konnten, und gar nicht vorbereitet sind. Und das ist dramatisch, das ist fatal. Das wird mir ja ein Menschenleben kosten. Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe hier meine Assistentin, die gerade rausverlangt. Ich bin in einer Minute zurück. Ja, machen wir mal weiter. Also, ich bin gleich da wieder, gell? Jetzt ist ja zum Beispiel die Frage fossile Energieträger. Da wird ja behauptet, das geht ja sowieso zu Ende. Also, ist das ja ein Problem, was sich theoretisch im Laufe der Zeit von alleine lösen würde, bei dem Verbrauch. Wie schätzt du das ein? Also, das schätze ich so ein. Da gibt es auch auf dieser Seite einen Link. Den wird Robert gleich zur Verfügung stellen, wenn er wieder da ist. Ja, also hier sehen wir die Verteilung der nachgewiesenen Kohlereserven. Und zwar alle die, die wirtschaftlich förderbar sind. Auch über die letzten 30 Jahre, wobei 2024 noch nicht dabei ist. Und ja, die Annahme, dass uns die fossilen Energieträger ausgehen, demnächst kann ich hier jedenfalls nicht erkennen. Sie gehen zwar zurück, die nachgewiesenen Kohlereserven, aber innerhalb von zehn Jahren, ja, weniger als zehn Prozent. Das heißt, bei gleichem Rückgang werden das noch über 100 Jahre. Okay. Wenn man den Rückgang von 2004 bis 2014 sieht und das hochrechnet, sind das noch mehrere hundert Jahre, bevor uns die Kohle ausgeht. Ja, zumal man sieht ja auch, dass einige Zahlen ja sogar wachsen, ja. Wenn wir jetzt hier Europa, Eurasien sehen, da hatten wir 2004 noch 31,6 und das ist jetzt sogar gestiegen. Also das, man, oder interpretiere ich das falsch? Man baut noch mehr ab, heißt das, oder? Das ist, das ist der prozentuale Anteil für den Kontinent. Ach so, dessen, was abgebaut wird. Dessen, was noch nachgewiesen ist. Ja, was noch, eben, genau. Und wenn das wächst, das heißt, man hat in der Zeit sogar noch neue Vorkommen entdeckt. Der Anteil ist gewachsen. Man kann ja jetzt zum Beispiel in Nordamerika mehr abgebaut haben als in Asien, dann wächst der nachgewiesene Anteil in Asien. Also die Zahlen sind Prozentualzahlen, die man hier sieht. Genau. Und das ist insgesamt in Millionen oder Milliarden Tonnen, was ist das da? Milliarden Tonnen sogar. Wow, Milliarden Tonnen. Was sagst du zu Peak Oil? Diese Geschichte, dass sich Öl quasi nicht durch Dinosaurier und irgendwelche abgestorbenen Bäume quasi bildet, sondern dass das adiabatisch funktioniert, dass das quasi sich immer neu entdeckt. Hast du das schon mal aufgeschnappt? Gehst du da mit mit der These? Ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, bin aber noch nicht tief eingestiegen, sagen wir so. Okay, aber spielt ja auch für unsere Betrachtung jetzt gar keine Rolle. Es geht nur darum, wir haben eigentlich noch genügend fossile... Okay, also wäre es, weil das war ja die Ausgangsfrage, quasi gar keine Lösung, wenn man jetzt den Klimawandel aufhalten will, indem man die Verbrennung fossiler Energieträger einstellt, quasi auf die Zeit zu wetten, indem man einfach sagt, ist sowieso irgendwann alle. Also das ist keine Option. Genau. Und erst recht, wenn wir uns jetzt die ganze Sache für Erdgas zum Beispiel nochmal angucken. Das ist die Verteilung der nachgewiesenen Erdgasreserven. Ja, okay. Die steigen sogar. Da wird mehr exploriert und die Technik, die Fördertechnik wird so viel besser, dass immer mehr Gas wirtschaftlich gefördert werden kann. Okay. Das hat sich seit 1985 bis 2014 mehr als verdoppelt. Wir haben doppelt so viel Erdgas, was wir fördern können. Also mal Hand aufs Herz. Wenn wir jetzt nicht gerade die große Bevölkerungsreduktionswelle erleben, ist es ja einfach absehbar, dass sich daran nichts ändern wird. Der Energiebedarf wird definitiv nicht zurückgehen, obwohl das ja sogar noch eine vierte Möglichkeit wäre. Einfach einen Energiebedarf zurückschrauben, ohne Bevölkerungsreduktion. Dann gibt es halt keinen Kühlschrank, keinen Fernseher und keinen Tesla mehr. Kein E-Auto, genau. Ja. Und kein Auto. Egal wie angetrieben. Aber wird wohl auch keine Option sein, denke ich mal. Also wer ist schon dazu bereit? Das Gegenteil wird der Fall sein. Der Stromverbrauch wird noch viel weiter steigen. Ist ja logisch. Bei der Technologisierung, Technokratisierung, 5G-Netz, weltweit, global und so weiter. Wahrscheinlich diese ganze digitale Bezahlerei, die in Zukunft stattfinden wird. Wir wissen es von Bitcoin, ist auch ein Energiefresser. Das wird natürlich bei den digitalen Euro-Währungen und so weiter ja auch nicht anders sein. Also der Energiebedarf wird auf jeden Fall sehr steigen. Wir sehen hier, fossile Energieträger sind immer noch der Hauptenergie-Lieferant. Ja, jetzt kommen wir wieder zur Bevölkerungsreduktion, wenn wir bei der Problemlösung bleiben, dass wir den Klimawandel aufhalten wollen. Was an sich ja schon fragwürdig ist. Energie, fossil ist auf jeden Fall genug da. Die Reserven steigen bei Gas und bei Öl kann man das auch erkennen, wenn man nochmal einen weitergeht. Okay, das sind Verteilung der nachgewiesenen Erdölreserven. Kannst du auf die Jahreszeiten? Okay, sind die selben. 85, 2014, also immer 15 Jahre knapp, ja? Ja. Gut, und auch hier sehen wir ja, Europa hat jetzt bei allen dreien, jetzt fällt auch gar nicht so groß uns Gewicht. Und wenn wir jetzt hier über diejenigen reden, die hier das Klima retten wollen, da reden wir ja hauptsächlich über, na eigentlich nur Deutschland, oder? Europa, Green Deal, Ursula von der Leyen, die ist ja auch beseelt von diesem Gedanken, dass also... Aber nur wir Deutschen, wir sind doch da so richtig hardcore jetzt mit unserer... Was ist denn die Ursula von der Leyen? Und Europa sind bloß sechs oder sieben Prozent der Weltbevölkerung. Okay, also die Grafik übersetzt in einfache Sätze. Selbst wenn Europa komplett jetzt aufhören würde, CO2 zu emittieren, würde das im Vergleich zu allen anderen Ländern fast keinen Einfluss haben. Weil wir sehen an der Verteilung, Europa ist einfach nicht der Nabel der Welt, ja? Wenn ich es jetzt so richtig sehe. Aber jetzt lass uns doch trotzdem mal schauen, inwiefern denn die bisherigen Bemühungen, die ja insbesondere in Deutschland angestrebt werden, überhaupt was bringen. Wir setzen hier auf Windgräder und Solaranlagen, ja? Das soll jetzt die Energiewende bringen. Gibt es da irgendwie mal so eine Zusammenfassung, wie sich die Stromproduktion in Deutschland überhaupt zusammensetzt? So, wir haben jetzt mal den Bildschirm umgeschaltet, weil interessanterweise dieser Link, den du uns gerade jetzt zeigst, bei meinem Rechner geht der nicht. Da kommt ständig, die Seite lässt sich nicht aufbauen. Also Ulf, du hast das Kommando, du sitzt hier am Mischpult und kannst uns jetzt zeigen, wie sich der... Was ist jetzt der Aufbau der Energieversorgung in Deutschland, oder? Ist das die Grafik, die du uns jetzt erklärst? Das ist die Stromversorgung in Deutschland. Okay, okay. Hier erkennt man, das ist der heutige Tag, wo wir hier gerade aufzeichnen. Das ist immer ein paar Stunden, eine Stunde oder so hinterher. Okay, wir haben heute Mittwoch, weil wir aufzeichnen wegen Wochenende, weil wir da alle auf dem Kongress sind. Mittwoch, der 13.03., ja? Und wenn man hier rüber geht, dann sieht man, wie die Stromerzeugung in Deutschland stattfindet. Ganz unten sehen wir Biomasse, 4000 Megawatt. Dann kommt Braunkohle, fossiles Gas, fossile Steinkohle, Geothermie, fossiles Öl. Ja, hier. Und oben sehen wir Solar, Müllverbrennung, Wind Offshore und Wind Onshore. Okay. Und da kann man für heute, das ist eigentlich ein durchschnittlicher Tag, weil ich das schon öfter beobachte, kann man erkennen, die unteren drei Balken, so bis 25.000, 30.000 Megawatt, die unteren drei Balken ist nur Kohle und Gas. Und hier in der Mitte, ich kreise mal hier so rum, dieses Bullauge, sage ich dazu immer, das ist Sonne. Da sieht man ja mittags am meisten und dann läuft das irgendwann aus. Kannst du mal die Maus wegtun? Gut, aber macht schon ein bisschen was aus. Also wir sprechen jetzt hier von diesem lila Auge hier drin. Das ist die Sonnenversorgung, die wir heute landesweit hatten. Genau. Okay. Und darüber das Grüne und das Beige, das ist Wind Offshore und Wind Onshore. Also weniger Wind als Braunkohle alleine heute. Mhm. Und Sonne halt bloß temporär. Und das ist halt ein durchschnittlicher Tag. Ich schalte jetzt mal um auf. Moment. 30. November letzten Jahres. Da sehen wir eine sogenannte Dunkelflaute. Ah, okay. Ein Wort, das in grünen Parteizentralen nie vorkommt. Ja. Braunkohle, Gas, Steinkohle. Die drei großen Balken machen gefühlt hier 80, 85 Prozent aus. Das Bullauge hier oben ist ziemlich eingedampft und Wind weht auch fast gar nicht. Die meisten können mit dem Begriff Dunkelflaute was anfangen. Aber kannst du es in zwei, drei Sätze nochmal ein bisschen greifbarer machen? Also eine Dunkelflaute ist ein Zeitraum, wo sowohl wenig Sonne scheint oder gar nicht scheint nachts und auch wenig bis gar kein Wind weht. Und der Zeitraum ist natürlich... Ja, dann ist halt nichts mit Solar- und Windenergieproduktion. Also in der Nacht haben wir jeden Tag eine Dunkelheit, ja klar. Und im Winter ist es halt so, die Tageslichtdauer ist sowieso geringer. Da haben wir nur maximal acht. Wie viele Stunden haben wir da am Tag? Sonnenlicht, acht, ja genau. Und dann noch mit der Dämmerung dazu und dann auch noch der geringe Sonnenstand. Das hat bei den Solaranlagen auch einen Effekt. Ich habe auch eine Solaranlage auf dem Dach. Ich kann das genau verfolgen, wie das ab Oktober permanent abnimmt. Und dann, wenn noch kein Wind dazu kommt, dann sieht es echt mau aus. Und wir brauchen trotzdem aber immer permanent ungefähr zwischen 50 und 60 Gigawatt an Leistung, um diesen Rest-Industrie-Standort noch zu versorgen. Ja. Und interessant ist, das ist ja nicht nur dieser eine Tag, der 30. November. Ich klicke jetzt mal die weiteren Tage langsam durch und dann kann man mal gucken, wie lange diese Dunkelflaute anhält. 1. Dezember. 2. Dezember. 3. Dezember. Da geht es erst langsam wieder los. 4. Dezember. Also mindestens drei Tage. So, jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Das Gegenteil einer Dunkelflaute. Ja, eine... Ich will jetzt keine Wort Neuschöpfung machen, aber sehr viel Wind, sehr viel Sonne. Ich habe was. Eine Hellbrise. Eine Hellbrise. Eine Hellbrise. Nein, ein Hellsturm. 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 Also nehmen wir das mal an. Optimale Bedingungen für alternative... Sommer-Sonnenwende. Irgendwie Mitte Juni. Was wäre denn hier zum Beispiel die maximale Ausbildung? Gab es seit Beginn der Energieaufzeichnung überhaupt mal jemals auch nur eine einzige Stunde, egal wann, unter optimalen Bedingungen, wo wir mal keine fossilen Energieträger eine Stunde lang benötigt haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also es gibt hier keinen einzigen Tag, den ich hier gefunden habe, ist ohne Kohle und Gas. Aber das ist doch... Ist das nicht das definierte Ziel für bald? Das wäre eigentlich das Ziel, aber das schaffen wir bis heute nicht mal eine einzige Stunde irgendwo. Okay, dann nochmal auf den Punkt gebracht, bis wann haben wir jetzt uns vorgenommen, was genau zu tun? Nach aktuellem Stand des Plans, wie auch immer. Na, bis die EU bis 2050 CO2-frei und Deutschland bis 2045. Das ist so meine Information. Das sind nur noch 20 Jahre. Wenn ich denke, wie lange Deutschland braucht, um eine Autobahn zu bauen, gerade der Aufbau Ost und so weiter, was da in 20 Jahren passiert oder nicht passiert ist, ich will das nicht schmälern, die Autobahnen, aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem industriellen Umbau von dieser ganzen Energieversorgung in 20 Jahren, dann, das kommt mir schon leicht abenteuerlich vor. Ich habe, war es nicht mal so, dass uns gesagt wurde, ja, wenn dann besonders viel Sonne und besonders viel Wind ist, dann haben wir ja einen Energieüberschuss und den können wir dann in Wasserstoff stecken oder speichern oder wie auch immer. Aber jetzt frage ich mich gerade, Überschuss? Ja. Also, was denn für ein Überschuss? Ja, der ist hier überhaupt nicht vorhanden, nicht mal eine Stunde im Jahr. Und selbst wenn er vorhanden wäre, dann muss man ja auch überlegen, ist denn Wasserstoff oder Batterien, sind die überhaupt das richtige Speichermedium? Und wie viel Energie kann man denn in Wasserstoff im Vergleich zu, sagen wir zum Beispiel, Diesel oder Batterien speichern? Und da bietet sich einfach mal an, auf die Energiedichte von Energieträgern zu schauen. Was haben wir denn da zur Auswahl? Von Batterien oder wie hoch ist denn die Energiedichte bei Energieträgern? Da gibt es in Wikipedia so eine schöne Seite, Energiedichte von Energiespeichern. Hoffentlich wird mich euer Kollege dafür nicht wünschen, dass ich Wikipedia hier zitiere. Doch, für solche Dinge darf man Wikipedia nützen. Da hat auch der Herr Fiedler nichts dagegen. Okay, könnte sein. Und vor allem, wenn hier dran rumgemauschelt wird, an Naturkonstanten, dann weiß er ganz genau, dass er wieder einen schönen Bericht schreiben kann in Wikihausen. Gut, aber wir hangeln uns ja heute sowieso an hochoffiziellen Narrativen entlang und versuchen das aus der eigenen Logik zu hinterfragen. Wir behaupten hier noch nicht mal was. Wir ziehen uns ja hier auf die Bundeszentrale für politische Bildung. Auf deren Zahlen, von daher passt da Wikipedia super rein. Ulf, kannst du die Grafik oben einblenden? Weil Zahlen und Tabellen, das ist immer ein bisschen schwierig, da so ein Bild zu kriegen. Wer, wann, wo, wie, was. Oben rechts ist auch so eine Grafik, ganz oben an der Tabelle, wenn du hochrollst mit der Seite. Ach die. Genau, dir ist da, ja. Wird es da gezeigt, was du, oder es geht ja nur um Batterien. Nee, das sind Batterien. Ah, okay. Wattstunden pro Kilogramm, wie viel eine Batterie speichern kann. Ah, ich dachte, man kann da mehr erkennen. Okay, alles gut, alles gut. Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Ich wollte ja auf die Liste hinaus. Hier sieht man die Energieträger auf der linken Seite. Und wie viel Energie pro Kilogramm, beziehungsweise pro Liter, also pro Masse oder pro Volumen gespeichert werden kann. Und wenn man sich da mal anschaut, hier ist die stärkste Batterie, die Aluminium-Luft-Batterie, die stärkste, die hier in der Liste auftaucht, die hat 4,7 Megajoule pro Kilogramm. Kann man hier erkennen. Und das kann man ja jetzt mal vergleichen mit beispielsweise Diesel. Der liegt bei 42,8 bis 43 Megajoule pro Kilogramm. Mal eben fast das Zehnfache. Fast das Zehnfache. Also Faktor 9. Und da müsste man also von dieser Batterie immer neunmal so viel Gewicht mit sich rumfahren, wenn das jetzt im Auto eingebaut ist, für die gleiche Energiemenge. Und das wird sich auch nie ändern. Deswegen sind ja auch Teslas mit ihren Batterien immer so schwer. Und haben nicht so viel Reichweite wie jetzt zum Beispiel mein Passat, mit dem ich mit einer Tankfüllung 1100 Kilometer komme. Wo ist jetzt hier Wasserstoff? Dort 13,2. Okay, also ist ungefähr nur ein Drittel von Diesel. Aber emissionsfrei, wenn das vergrenzt. Wasserstoff 13, wo hast du jetzt Wasserstoff? Ach, da oben, ja. Aber das ist eine andere Art. Das ist ja LOHC. Wasserstoff. Das ist ja dann nochmal quasi gebundener Wasserstoff. Das ist jetzt nicht in gasförmischer Form, sondern auch flüssig. Da wird der Wasserstoff sozusagen an irgendein Trägermaterial gebunden. Das ist dann quasi, das macht nur ein, zwei Prozent des Volumes aus. Und das ist dann quasi auch ein Restprodukt bei der Verbrennung neben Wasser. Wasserstoff kann aber recycelt werden. Also rein ökologisch gesehen ist Wasserstoff schon interessant, wenn man es als Verbrennungsstoff betrachtet, der aber ökologisch ist. Ja, also wenn das wichtig ist, ist Wasserstoff schon interessant. Aber ja, von der Energieeffizienz natürlich nicht machbar schlicht und ergreifend. Ja, es reicht nicht aus. Und zu Diesel immer noch Faktor 3 bis 4. Ja. Vom Gewicht her. Und der andere, der gasförmige Wasserstoff, der hat eine Energiedichte pro Liter, selbst wenn er unter 700 Bar steht, von 5,6 Megajoule pro Liter. Ja, das ist auch zu Dieselfaktor 6 bis 7. Das heißt, für einen Wasserstofftank bräuchte man immer, der müsste immer 6 bis 7 Mal so groß sein. Nur der Inhalt müsste vom Volumen her 6 bis 7 Mal so groß sein. Wie groß die Apparatur außenrum ist, um diesen Wasserstoff auf 700 Bar zu drücken. Das weiß ich jetzt nicht, aber es wird auch nicht klein sein. Atomwasserstoff. Ja, also zumindest haben diese Energieträger, Wasserstoff oder Batterien erhebliche Nachteile vom Gewicht und vom Volumen her gegenüber herkömmlichen Diesel oder Benzin. Okay, jetzt haben wir natürlich viele Zahlen und Infos gekriegt. Ich muss das jetzt erstmal greifbar machen. Wir hatten einen Ingenieur mal hier aus Kanada oder hier online eben, der in der Windkraftbranche ist. Der macht da Vermessungen für Windanlagen und diese Auswuchtungen. Und der ist Ingenieur für diese ganzen Techniken. Und der hat gesagt, naja, wenn man dann Wind hat und man braucht diesen Strom gerade nicht, dann kann man den ja in Wasserstoff umwandeln. Das wäre ja dann quasi geschenkte Energie, die man dann eben nutzen kann, selbst wenn die Umwandlungsprozesse von Strom in Elektrolyse und dann in Wasserstoff und wieder zurück, wenn diese ganzen Energieverluste dann so groß sind, ist ja wurscht, weil wir die Energie sowieso geschenkt bekommen. Wäre das nicht sinnvoll, dann ein Teil von dieser Energie, wenn sie dann mal zu viel da ist, dann trotzdem in Wasserstoff umzuwandeln? Ich glaube, aus diesem Gedanken heraus ist ja diese ganze Wasserstoffdiskussion entstanden. Könnte man schon. Die Verluste betragen aber mindestens 60, meistens 70 Prozent. 70 Prozent? Ja, das hängt auch mit der sogenannten Kano-Schwelle zusammen. Jedenfalls hat der das schon thermodynamisch im 19. Jahrhundert schon ausgerechnet, dass man je nach Temperaturunterschied auf maximalen Wirkungsgrad von, ich glaube, das waren 68 Prozent kommen kann. Mehr geht sowieso nicht. Und dann hat man noch die technischen Verluste und man fällt dann zurück auf 30, 35 Prozent. Aber wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass sowieso zu keinem Zeitpunkt Energieüberschuss ist, den man jetzt in Wasserstoff. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Berichte, dass man gerade, dass man oft auch Energie quasi billig verkaufen muss. Ja, subventioniert verschenkt. Also nicht verkauft, sondern man gibt anderen Geld, damit die Energie nehmen in dem Moment, wo zu viel da ist. Wie kommt das jetzt zustande? Dass es dann tatsächlich trotzdem diese Energieüberschüsse gibt, auch wenn die nicht aus regenerativen Energien letztlich sind, weil wir ja gesehen haben, 60, 70, 80 Prozent, je nachdem, sind fossile Energieträger. Also die Öfen brennen ja die ganze Zeit und kreieren, Wurtfindungsstörungen, erzeugen Energie. Aber warum gibt es dann trotzdem diese Momente, wo wir diese Überschüsse haben? Weil da einfach zu viel produziert wird, weil es zu viele Einspeisungsmodule gibt, weil man zum Beispiel Dunkelflauten, Wind und Sonne. Ja, Sonne kann man noch ein bisschen regulieren. Da weiß man zumindest, wann Tag und Nacht ist und wann die Wetterbedingungen sind. Wind kann man da schon weniger vorausberechnen. Ist es dann einfach so zu verstehen, wir haben eine bestimmte Netzspannung, die ja auch irgendwie gewahrt bleiben muss und dann kommt ein Sturm und alle Windräder drehen und plötzlich ist zu viel Energie da? Ist das dann das Problem? Ja, ich denke, die herkömmlichen Kraftwerke kann man nicht schnell genug regulieren. Ja. Die haben so einen gewissen Delay immer und wenn dann wirklich der Wind zu schnell kommt oder plötzlich die Wolken wegziehen und die Sonne durchkommt, dann kann man nicht schnell genug reagieren. Bei Delay-Verzögerung sprechen wir jetzt nicht von ein paar Frames wie bei uns im Bild oder so. Wenn wir asynchron sind, dann sprechen wir von Viertelstunde, 20 Minuten, Stunde teilweise, oder? Ja. Okay, okay. Und deswegen kannst du jetzt, jetzt kommt eine mega Sturmfront rein, du weißt aber nicht, wie lange die dauert und kannst nicht alle Kohle-Gaskraftwerke runterfahren so schnell, weil dann ist der Windschirm wieder weg und du musst die wieder hochfahren, ja? Ja. Okay. Da kann ich auch an Videos von Fritz Fahrenhol zum Beispiel verweisen, der ehemaliger... Dazu kommt wahrscheinlich, dass aufgrund dieser ganz vielen Einspeisungsmethoden ja auch die Netzstabilität ja enorm leitet. Also wenn das dann so kritisch ist, dass es Momente gibt, wo eben zu viel Energie da ist, was ja dann in dem Moment, wo du die auch nicht gut ableiten kannst, ja auch zu Problemen führen kann. Sprich, dieses völlig illusorische und utopische Energiewende-Modell führt auch noch dazu, dass wir unser eigenes Energienetz quasi unsicherer gemacht haben. Ja. Sprich, Blackout, ja? Der ist wahrscheinlicher geworden mit dieser Energiewende. Kannst du das bestätigen? Ich habe eine Zahl aufgeschnappt, dass früher ins Stromnetz so vielleicht ein Dutzendmal im Jahr insgesamt eingegriffen werden müssen wegen Netzstabilität. 50 Hertz, 49,8, 50,2, das ist so gerade diese magische Grenze, wo diese Frequenz hin und her schwenken darf. Jetzt sind wir bei ein paar tausend Eingriffen, bei ein paar tausend Stabilisierungsversuchen im Jahr. Das heißt also diese, ich weiß nicht, wer das ist, Netz-AG, Netzstabilisierungsagentur. Netzagentur, oder? Netzagentur. Netzagentur. Wer das macht, da muss es ja dann Leute geben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie zu versuchen, diese Netzfrequenz permanent stabil zu halten und dass wir Arsch über Latte an einem großen Blackout vorbeischrammen die ganze Zeit. Wobei das mit Sicherheit mittlerweile mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz reguliert wird, könnte ich mir vorstellen. Das machst du nicht mehr manuell mit einem Rechenschieber, oder? Denke ich auch nicht. Da wird ein Computerprogramm zumindest hinterstehen. Also passiert vollautomatisch, aber auch da gibt es dann wahrscheinlich die Grenze des Machbaren. Im Extremfall. Ja, sehr interessant und sehr schockierend, dass nochmal im Prinzip, also ich bin nicht schockiert, aber ich hoffe, es gibt Menschen, die jetzt schockiert sind, wenn sie sich das mal so vor Augen führen und bis jetzt gedacht haben, ja, das mit der Energiewende, das ist schon alles irgendwie gut so. Selbst wenn es gut gemeint ist, ist schlecht gemacht ja trotzdem nicht die Lösung. Zumal es zu so vielen weiterführenden Problemen führt, die letztlich unterm Strich kein Problem lösen, aber Dutzende neue schaffen. So, und da stellt sich jetzt die Frage, warum, warum, warum? Ja, also warum, die Frage stellen wir ja schon länger und natürlich ist die Antwort, ja, der Klimawandel. Wir müssen, sonst gehen wir alle unter, letzte Generation etc. pp. So, und jetzt ist die Frage, du als Ingenieur stellst jetzt fest, das kann nicht funktionieren. So, du bist mit Sicherheit auch nicht der einzige schlaue Kopf, der zu dieser Erkenntnis kommt. Und jetzt stelle ich mal so eine Frage, stell dir mal vor, was los wäre, wenn das an die Presse käme. Ah, woher kenne ich den Satz denn? Aber was wäre da los? Tja, gar nichts. Es ist ja schon an die Presse gekommen, du hast gerade den Namen Fritz Farnhold erwähnt, es gibt noch so viele andere, du musst nochmal auf die Eike-Seite gehen. Also es gibt, ich weiß nicht, wann ich, ich habe schon so viele Klimawissenschaftler gehört, die auch wirklich was verstehen vom Klima, unser Professor aus Leipzig, Hilf mir Frank. Kirstein. Kirstein, genau, Werner Kirstein, den haben wir doch schon oft interviewt. Es gibt einige auf der Welt, es sind mittlerweile auch zigtausende, die ganz klar sagen, diese Nummer ist falsch, das Ding läuft gegen die Wand und trotzdem fliegt unser Bundeswirtschaftsminister gerade vor wenigen Tagen nach Amerika und will den Amerikanern den Marsch blasen, so nach dem Motto, get the fucking shit together oder wie er es gesagt hat. Also löst eure Scheißprobleme in Sachen Klimawandel. Also wie kann es denn sein, dass, also ist eine hypothetische Frage, rein rhetorisch jetzt auch, ich kenne die Antwort, aber dass sich da so eine Eigendynamik entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und gerade die letzten Jahre, dass alle Verantwortlichen, egal ob das die Ursula von der Leyen ist oder auch die Merkel oder wer auch immer, alles wegbügeln, diese ganzen wissenschaftlichen Expertisen und einfach auf diesem Klimawahn weiterfahren und das dann auch medial verstärkt bekommen. Ihr wisst ja, Schweden-Gretel wurde da aufgeblasen medial, dann die ganze Luisa-Neubauer-Geschichte und so weiter. Also die kriegen ja, die werden ja gepusht ohne Ende. Wie kann es sein, dass sich alle diese Verfechter dieser Technik, dieses Gedankenmodells so verfangen haben? Ja, weil die das nicht checken, dass diese Energiewende eben nicht die Lösung ist. Aber nur weil die Energiewende nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass Problem weg ist. Also man kann den Klimawandel, den kommenden Klimawandel durchaus als Problem definieren. Da bin ich überhaupt kein Leugner, da bin ich voll dabei. Wir erwarten einen Klimawandel. Das steht außer Frage. Ob anthropogen oder nicht, ist völlig wurscht. Was spielt denn das für eine Rolle, wer dran schuld war? Am Ende hast du den Salat. Aber man muss sich doch auf das Kommende einfach einstellen. Ja, vielleicht nicht dort jetzt die Mega-Cities bauen, wo in 100 Jahren es mehr ist. Jetzt mal blöd gesagt. Ja, das ist nicht clever, wenn du jetzt dort baust und gleichzeitig sagst, ja, wir müssen aber gleichzeitig den Klimawandel retten, sonst sind die Städte, die wir jetzt hier hinbauen wollen, in 100 Jahren abgesoffen. Das ist doch dumm, diese Denke. Wo du gerade bauen sagst, ich möchte gerne noch ein Praxisbeispiel zeigen, wie die Energiewende auf Baustellen aussieht, wie sie zumindest versucht wird zu machen. Bitte. Wir haben da auf unserer Baustelle jetzt einen Elektro-Bagger gehabt. Vielleicht kann Robert das Bild mal einblenden. Gib mir zwei Sekunden. Was heißt Elektro-Bagger? Ein voll elektrisch betriebener Bagger, der auf der Baustelle arbeitet. Ein E-Bagger? Ein E-Bagger, genau. Der neueste Scheiße. Mit einem, mit einer Akku. Wie lang, wie lang, wie lang, ja genau, mit welcher Akkuleistung? Akkuleistung etwa das Vierfache von einem Tesla. Das ist jetzt hier der Akku? Das ist der Akku. Okay. Das ist kein Baucontainer, kein Schlafcontainer, das ist ein Akku. Das ist ein Akku. Auf dem letzten Bild kann man da noch lesen. Bauer Unit. Das ist der Akku. Und das ist der Bagger. Okay. Ganz links hinten. Ganz links hinten mal reingezoomt, da steht sogar Elektrik auf dem Bagger drauf. Und wie lang hält dieser kleine Akku für den Bagger? Der Akku, der hält je nach Arbeitspensum drei bis fünf Stunden. Das heißt, der Akku wird zweimal am Tag zur Baustelle rausgefahren, weil draußen auf dem Acker gibt es ja keinen Feststrom. Wird natürlich rausgefahren mit einem Diesel-LKW. Mit was sonst, ja. Und ja, dieses Rausfahren ist auch immer ein Gefahrgut-Transport. Das heißt, er muss jedes Mal beim Amt, auch beim örtlichen Amt, angemeldet werden. Jede Fahrt? Jede Fahrt. Zweimal am Tag? Zweimal am Tag, ja. Okay. Und das fördert natürlich den Arbeitsablauf ungemein, wenn du nach drei Stunden plötzlich wieder neu umstecken musst. Der LKW kommt und lädt ab und lädt auf. Und das sind Auflagen, die man dem Baustellenbetreiber im Prinzip so macht, oder ist das quasi... Das wird, die Bauformat, damit keine Kosten. Das wird alles staatlich subventioniert. Ah, dann erklärt sich das natürlich. Ja, die lassen das mit sich machen, weil sie keine Kosten haben. Und ja. Aha. Ansonsten würden die das wahrscheinlich nicht machen, ne? Nein. Zum Vergleich, ein normaler dieselbetriebener Bagger wird einmal die Woche betankt. Und der Ladevorgang des Elektrobuggers dauert anderthalb Stunden. Das Betanken 10 bis 15 Minuten. Nur einmal die Woche. Ist auch ein Gefahrgut-Transport, aber eben nur einmal die Woche. Genau. Also da wird quasi an jeder Stelle, werden die Kosten hochgeschraubt, vor allen Dingen auch die zeitlichen Kosten werden hochgeschraubt. Das Risiko wird hochgeschraubt. Die Effizienz damit aber geschmälert unterm Strich. Also so zu arbeiten erhöht enorm die Kosten desjenigen, der da die Baustelle in Auftrag gibt. Ja, der am Ende die Rechnung bezahlt. Also es ist teurer, so zu arbeiten. Okay. Genau. Ich habe gerade noch eine Erinnerung gehabt. Das passt ganz gut. Die Berliner Feuerwehr hat letztes Jahr schon gesagt, dass sie eigentlich vermutet, dass die neuen bestellten Elektro-Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr definitiv über 16 Tonnen kommen werden. Man redet von 15,8 Tonnen. Aber zum einen ist dann natürlich die Ladefähigkeit von Wasser und Ausrüstung sehr reduziert. Und zum Zweiten, wenn die über 16 Tonnen kommen, dann dürfen die mit diesen Fahrzeugen gar nicht in dafür ausgewiesene Stellflächen und Feuerwehrzufahrten reinfahren. Weil es oft Tiefgaragendecken sind, wo sie drüberfahren in Wohnsiedlungen. Da ist ja alles unterkellert. Und da fährt man dann eben eine gewisse Tonnage darf da nicht drüber. Sonst brechen die ein. Sonst brechen die durch die Decke durch und stehen dann im Keller und kommen nicht raus. Und außerdem habe ich neulich erst gelesen, es gibt auch, soll es geben, einen Dieselgenerator geben, der in diesem Fahrzeug verbaut ist, falls dann nämlich wirklich mal das Ding dann schlapp macht, dass man zumindest noch ein bisschen die Elektrobatterie laden kann mit einem Onboard-Generator. Also das ist so eine Totgeburt in meinen Augen, die aus diesem ganzen Klimawahn herausgeht. Man versucht super aktiv zu sein. Man sagt, wir bauen Elektrobusse, Elektro-Einsatzfahrzeuge. Vergisst aber, dass die technische Umsetzbarkeit mit dem Einsatzspektrum überhaupt nicht möglich ist. Und irgendwann werden die Ideen still und heimlich fallen gelassen und es läuft dann aus. Genauso wie jetzt auch in der EU das Aus vom Verbrenner aus beschlossen wird. Habt ihr das mitgekriegt? Dass Ursula von der Leyen da jetzt zurückgerudert hat und gesagt hat, ja, wir müssen da jetzt, wie hat sie das genannt, so nach dem Motto, die Wahlfreiheit muss gewährleistet bleiben. Also irgendwie so ein, wie so ein Psalm irgendwo, so nach Motto, ja, wir müssen jetzt gucken, dass die Leute aber trotzdem sich auswählen können, ob Verbrenner oder Elektroauto. Und wenn man auch denke, hallo Uschi, was ist denn mit deinem Green Deal? Das war doch noch vor wenigen Jahren, Tagen war doch das der größte Hype, mehr oder weniger. Also, du merkst, worauf ich hinaus will, ne, so. Die Realität setzt sich am Ende durch. Ja, man von Realität umzingelt den ganzen Tag, mehr oder weniger, ja. Ich frage mich nur, Entschuldigung, Frank. Ja, frag dich. Wann das einsetzt bei den Menschen, die jetzt immer noch in Entscheidungspositionen sitzen, sprich Habeck und Co. All diejenigen, die jetzt Vollgas voraus machen und in ihrem Furor da mehr oder weniger gar nicht merken, dass sie auf einem toten Pferd sitzen. Dass sie da ganze Wirtschaften in den Abgrund reiten damit, mit diesen Gedanken. Checken die nicht. Aber umso wichtiger, hier einfach auch mal die Zahlen, Daten, Fakten gesehen zu haben. Ulf, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das ist vielen Menschen eine Argumentationshilfe im Kampf gegen das Klimanarrativ. Was ist dein Resümee? Resümee? Nee, Resümee. Nee, bin ich jetzt bescheuert. Resümee. Dein Fazit, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass das einfach nicht funktionieren wird, so wie man sich das vorstellt, jedenfalls nicht. Und dass jeder für sich in seinem Umfeld vielleicht mehr publizieren sollte, dass das gar nicht geht und dass das Bewusstsein in der Bevölkerung in die Richtung wächst. Weil manchmal habe ich noch das Gefühl, das ist bei weitem noch nicht so weit. Also ich habe Leute getroffen, das war vor vier, sechs Wochen, da habe ich mit jemandem erzählt über die CO2-Steuer. Und da habe ich dann als Antwort bekommen, naja, das ist doch nicht schlimm, CO2-Steuer zu bezahlen. Für die Müllabfuhr bezahlt man doch auch. Ach so, weil bei den Leuten CO2 gleich Gift, gleich Müll im Kopf gespeichert worden ist. Darauf konnte ich auch gar nichts mehr antworten. Und da muss man meiner Ansicht nach, oder könnte man den Leuten mal was in die Hand geben und das Bewusstsein ein bisschen in die Richtung bringen. Ah, das ist verdammt schwer. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz schön schwer. Ja, weil überleg mal, 2007, 2008 war dieser Höhepunkt von diesem Film von Al Gore, An Inconvenient Truth. Ihr könnt euch erinnern, der Eisbär Knut, da ging es dann um die Eisbären, dass die aussterben würden. Und in dieser Animation war dann eben auch der einsame Eisbär auf der Scholle, der da kein Land mehr findet und hunderte Kilometer schwimmen muss, weil kein Eis mehr da ist am Nordpol und so weiter. Mittlerweile sind jetzt 15, 16 Jahre vergangen, also eine halbe Generation mittlerweile von jungen Menschen, die alle in der Schule mit diesem Thema druckbetankt worden sind. Und die Ergebnisse haben wir ja in Form von Fridays for Future und Extinction Rebellion und so weiter. Ich denke, die erreichen wir gar nicht, weil die ja quasi ihre gesamte Schuldna, alles, die Basis ihren Wissens ist ja durchdrängt von diesem Klima, von diesem Klimathema. Und hinzu kommt natürlich dann auch noch diese Vogue-Agenda, die sie unempfänglich macht gegenüber Informationen aus dem Internet, weil das ist ja alles rechts, das ist ja alles Schwurbel, das ist ja alles Verschwörungstheorie, Aluhut und so weiter. Also man müsste sie quasi wie bei, wie hieß der Film von Stanley Kubrick, wo der eine Typ mit den aufgespannten Augen da sitzt, kennt ihr den? Clockwork Orange. Clockwork Orange, man müsste die quasi mit, das ist jetzt übertrieben, ich meine das nicht wirklich, sondern die Leute sozusagen zwingen, solche Daten, Grafiken zum Beispiel von dir, Ulf, anschauen, oder halt eben auch die Fehler aus dem Film von Al Gore einmal aufzeigen, was der da alles falsch erklärt hat und so diese Panikmache aus den Menschen rausnehmen. Man kann das auch anders machen. Man kann sagen, so okay, du möchtest kein CO2 mehr erzeugen, dann deinen Metalllöffel heute und Gabel zum Mittagessen gibt es nicht mehr. Der wurde mit Kohle verhüttet. Und dein Teller aus Keramik, der wurde erzeugt mit Gas. Das gibt es nicht mehr. Sieh zu, woraus du bist oder womit du bist. Und dein Netflix-Anschluss musst auch kündigen, weil das geht auch über Strom und so weiter. Das muss man wahrscheinlich mit der Realität machen für die Leute. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, noch nicht mal darüber geredet, ob das unterm Strich überhaupt was bringen würde, wenn die Energiewende so konzipiert wäre, dass wir 100% regenerative Energieträger hätten und keine fossilen Energieträger mehr verbrennen. Da steht ja die Frage aus, hält das den Klimawandel auf? Würde ist das. Wir werden es ja nie rausfinden. Das ist ja der Witz daran. Wir werden es nie rausfinden, ob die Energiewende tatsächlich den Klimawandel aufgehalten hätte. Oder? 100 Jahren, werden wir das mal so sagen. Hätte das funktionieren können? Also die Tendenz geht eher in die andere Richtung. Nicht, dass es heißer wird, sondern dass wir eher eine Abkühlung haben werden in den nächsten Jahrzehnten und 100 Jahren. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen über den Meeresspiegelanstieg, sondern ich mache mir eher Sorgen, ob ich oder die, die nach uns kommen, genügend zum Heizen haben. Das ist viel eher und auch weniger Lebensmittel, die dann da angebracht werden. Ja gut, das kannst du hier in Mitteleuropa natürlich sagen. In Bangladesch ist das natürlich ein anderes Thema. Da hast du nun mal diese Probleme. Und ja, man muss sich damit arrangieren. Und es ist natürlich auch bequem zu sagen, ach, ich wohne hier auf 300, 400, 500, 700 Höhenmeter, weißt du, im Gebirge. Mir kann das alles am Arsch vorbeigehen. Ist natürlich auch nicht richtig. Ich würde den Klimawandel an sich durchaus, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, als Problem definieren. Nur die Lösungen, die wir derzeit angehen, umsetzen und damit so viele neue Probleme verursachen, sind keine Lösungen. Das ist die Aussage. Und das muss dringend zur Kenntnis genommen werden, ohne das Problem damit vom Tisch zu schieben. Problemlösung wäre, Klimawandel kommt, lasst uns damit einhergehen. Einen Deal machen. Einen Deal mit dem Klima. Ja, ein Klimadeal. Und es schadet ja auch nicht, da, wo es eben geht, ohne großen Schaden anzurichten, auf langfristige Zeit gesehen mit den fossilen Energieverbrennen aufzuhören, wo eben das machbar ist. Das ist das Wichtigste. Es muss machbar sein. Und es ist ja okay, wenn das politisch gewollt ist und wenn das einen Einfluss aufs Klima haben sollte. Alles wunderbar. Es muss machbar bleiben. Es muss bezahlbar bleiben. Und es darf nicht auf Kosten ganzer Generationen gehen. Das ist die Kritik, nehme ich mal an. Ja, kann man so zusammenfassen. Beim Thema Klimawandel, da bin ich auch der Meinung, dass der Klimawandel stattfindet. In Russland, in Sibirien, haben die Permafrostboden gehabt seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich seit immer. Und haben da Häuser gebaut ohne große Fundamente, weil das Eis, der gefrorene Boden, auf dem die ganzen Gebäude stehen, sind so tragfähig, dass du da kein großes Betonfundament hinsetzen musst. Mittlerweile gibt es viele Gebäude, die absacken, weil eben der Permafrostboden in Sibirien und im Polarkreis eben schmilzt. Oder, ja, schmilzt, genau. Und das ist ein Problem. Und das wird halt dann hergenommen, um zu sagen, seht ihr, da ist jetzt der Beweis dafür, dass die ganze Welt erhitzt wird. Gleichzeitig haben wir aber auch Zuwachs an Eismassen auf anderer Seite. Ja, es wird immer nur selektiv. Irgendein Beispiel genommen, Kilimanjaro, das Foto von damals und heute, seht ihr, weniger Eis, also Beweis dafür, dass aber in dem Gletscher in Chile dreimal so viel Eis da ist wie vorher. Das wird nicht erwähnt, weißt du. Oder dass in der Antarktis insgesamt 16 Milliarden Kubikkilometer mehr Eis da sind. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Jetzt war es nur aus Erinnerung raus. Mich regt es halt einfach... Nein, ich darf mich nicht aufregen. Ich reg mich auf, dass ich mich aufrege. Ich finde es problematisch, dass wir so viel Chunk-Science haben, also Müllwissenschaft haben, dass so viele Wissenschaftler ihre Seele verkauft haben und sich auf dieses Thema aufgesetzt haben, weil sie genau wissen, da ist der Gedl, da ist der goldene Esel, der scheißt mich mit Dukaten zu und da kann ich Karriere machen, da kann ich alles machen, wenn es nur im Rahmen des Klimawandels ist. Das Kopulationsverhalten von westindischen Wildameisen im Zeichen des Klimawandels und du kriegst drei Millionen Euro Fördergelder. Und das ist die... Das müssen wir, glaube ich, aufbrechen. Dass Leute sich nicht verkaufen und Wissenschaft machen. Das betrifft ja auch Ingenieure zum Beispiel in dem Windenergiebereich. Ich verstehe die Leute gar nicht, dass sie da arbeiten, außer dass sie wahrscheinlich zugeschmissen werden mit Scheinen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil Expertise muss man sich auch erarbeiten und wenn man das mal hat, dann kann man natürlich da auch sein Leben damit verbringen. Und ich finde Windenergie per se nicht schlecht. Also wenn ich eine Windturbine hier oben hätte, die funktioniert, würde das meinen Energiemix sicherlich erweitern. Aber darauf eine Energieversorgung für ein Industrieland aufzubauen, das ist halt die doofe Einstellung. Also die nicht wissenschaftlich fundierte Politik. Ohne Speichermöglichkeiten. Das kommt noch dazu, ja. Ich will es an der Stelle einfach noch der Vollständigkeit halber abermals erwähnen. Die fünfte, sechste, siebte Möglichkeit, um dieses Problem eventuell anzugehen, wäre ja, weil du gerade Industrie gesagt hast, vor allem eben in der Betonherstellung und Dämmstoffherstellung, Bauindustrie, dort könnte man immens viele Emissionen einsparen, wenn man dort einfach einen Sinneswandel, was die Chemieindustrie betrifft, macht, nämlich indem man einfach auf die Chemieindustrie und stattdessen zum Beispiel Hanfdämpfstoffe macht, Betonhanf, Plastik aus Hanf und so weiter. Also wenn man die Hanfindustrie, die Nutzhanfindustrie, richtig hochfahren würde, das zu dem Premiumprodukt aller möglichen Sparten machen würde, also wirklich eine Hanfgesellschaft aufbauen würde, da würde ich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten sehen, hier CO2-Emissionen einzusparen. Weil damit würde der Energiebedarf, der Gesamtenergiebedarf tatsächlich zumindest ein bisschen rückläufig nicht, weil er ja sowieso von Tag zu Tag steigt. Aber hier könnte man wirklich dagegen arbeiten, gerade in der Betonherstellung. Und mit Pflanzenteilen, die man dann für diese Betonherstellung zum Beispiel nicht benötigt, könnte man ja diesen Biomasseanteil an Energie erhöhen. Also Win-Win sozusagen. Ja, Lösung 5, 6 und 7 in einer Formel. Ja, Hanf, Hanf, Hanf. Ich glaube, nur Hanf, wenn du jetzt wirklich so eine Hanfindustrie aufbaust und das in alle Sparten, wo es Sinn macht, reinhaust, dann würdest du mehr erreichen fürs Klima als mit dieser Energiewende. Ein Zehn-Jahres-Plan Hanf umzusetzen in so einem Land wie hier. Ja, das wäre der Green Deal, Frau von der Leyen. Und das aber auch richtig unterstützt von der Gesellschaft, weißt du, dass da in den Schulen, in den Universitäten, in den einzelnen Betrieben, dass da wirklich auch Maschinen entwickelt werden, dass da das deutsche Ingenieurstum, muss gewollt sein, solange es eigentlich noch da ist, ja, dass das dann voll in diese Richtung geht. Wir werden sehen. Also, ich schätze ja jetzt mal nicht, dass in der nahen Zukunft da so ein Wandel stattfindet in Bezug auf Hanfindustrie. Aber Ulf, ich sage nochmal auch danke an dich, dass du uns da ein bisschen so mit in diesen Zahlen- und Datendschungel hineingenommen hast. Wir müssen einfach die Dinge aufzeigen. Mehr können wir nicht machen, weißt du. Man kann es ihnen ja nicht um die Ohren hauen, aber doch so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, für Energie und Wirtschaft insgesamt, also Energiewirtschaft. Danke dafür. Und wir sehen uns ja jetzt gleich dann, weil wir sind ja gerade, wir werden am Samstag uns getroffen haben. Futur 2, weißt du. Habe ich auch schon daran gedacht. Ja, genau. Ich freue mich auch, Ulf. Wir sehen uns am Wochenende. Und ja, für jetzt vielen Dank für diese wirklich doch sehr übersichtliche und vor allen Dingen mit seriösen Quellen belegte Ausführung. Dankeschön. Ja, bitte, kein Problem. Und bis gestern. Bis nachher an der Bar. Und wir schalten weiter zu unserem nächsten Gast für heute. Und freut mich sehr, dass wir uns wieder sehen. Hallo Helmut. Schönen guten Abend. Toll, dass du wieder bei uns bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so schnell wieder in eurer Runde dabei sein darf. Ja, nachdem du uns das letzte Mal gar nicht verlassen wolltest, sondern bis zum Schluss dabei sein wolltest, dachten wir, ja, das hat auch super gepasst, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir wollten gar nicht so lange warten, dich wieder einzuladen. Denn du hast so viele spannende Themen, über die wir sprechen wollen. Und eins davon haben wir uns heute vorgenommen, weil du das das letzte Mal schon angedeutet hattest. Du hast einiges oder kannst uns einiges erzählen zu dem Tod Jürgen Möllemanns. Das würden wir gerne mal mit dir so ein bisschen detaillierter besprechen. Denn bis heute ist ja offiziell unklar, was ist da eigentlich passiert? War es ein Mord? War es ein Unfall? War es vielleicht Suizid? Sehr gerne, lieber Helmut, würden wir in diese Materie mit dir einsteigen und hier mal Licht ins Dunkel bringen. Weil selbst in unserer alternativen Medienlandschaft weiß man es nicht. Aber da wird natürlich sehr viel spekuliert. und wir freuen uns da heute mal so ein bisschen mit dir aufzuklären. Denn du kannst da eine ganze Menge dazu sagen. Genau. Du hast uns ja nämlich neulich total angefixt, als du davon erzählt hast, dass du selber Fallschirmspringer bist, sehr viel Erfahrung hast, roundabout 500 Sprünge, also jetzt kein Anfänger in dem Sinn, sondern du bist schon wirklich öfters in der Luft gewesen und auch wieder unten angekommen. Immer komisch, wenn als Pilot man losfliegt und mit weniger Besatzung zurückkommt. Ja, es war, also ich habe mal einen Fallschirmsabsprung erlebt von der Transall. Da war ich dabei und habe gesehen, wie da wirklich 40 Mann oder 80 Mann rausgesprungen sind. Das ist schon seltsam, muss ich gestehen und beneide dich da irgendwie. Aber als du erzählt hast, dass du eben keine Insider-Informationen in dem Sinn hast, sondern aber wirklich Expertise plus Augenzeugen getroffen hast, die mit diesem Fall zu tun hatten, da bin ich hellhörig geworden, weil ich hatte bis dahin auch immer so diesen Gedanken, naja, die Politik von Herrn Möllemann war alles andere als beliebt. Damals, 2003, vielleicht hat man ihn sich ja deswegen entledigt, hat man sich ihm entledigt. Und nimm uns doch mal mit auf eine Reise, was da technisch und gesellschaftlich damals passiert ist. Wann war das alles? Ja, erstmal muss ich Folgendes sagen, lieber Robert. Also, ich habe insgesamt 487 Sprünge absolviert. Das sind fast 500, also das gilt. Genau, aber man kann da nicht sagen, eigentlich, dass man fortgeschritten ist, weil man ist vielleicht gerade mal fortgeschrittener Anfänger. Tatsächlich. Weil du musst dir vorstellen, du hast ja eine Freifallzeit von 4000 Meter, wenn du bei 1000 Metern den Schirm pullst, hast du eine Freifallzeit von 54 Sekunden. Ja? So, und wenn du 500 Sprünge machst, ja, dann sind das, sagen wir mal, machen wir mal glatt eine Minute, sind das 500 Minuten. Ja, das sind gerade mal Freifallzeit, dann insgesamt acht Stunden. Und wenn du überlegst, du spielst Tennis, würdest du sagen, dass du nach acht Tennisstunden mit dem Tennislehrer fortgeschrittener Tennisspieler bist? Okay, ich verstehe, wo du darauf hinaus möchtest. Da komme ich mit. Ich verstehe. Das ist ja ein, der ganze Absprung bis zur Landung sind ja maximal dann eben immer nur zehn Minuten oder so. Okay, verstehe. Noch nicht mal. Noch nicht. Ja. So, von daher also, fortgeschritten, also in Anführungszeichen. Ja. Fortgeschritten ist man, ja, mit 2000, 3000 Sprüngen, dann kann man sagen, man ist so langsam dann angekommen. Und dann ist es auch so, dieser 500. Sprung ist dann oft so, dass es dann wieder gefährlich wird für einen Fallschirmspringer, weil viele, gerade junge Leute, dann denken, sie haben es drauf und sie können es. Ja, und dann passieren wieder mehr Unfälle. Ja. Ja. Ja, kommen wir zu Möllemann. Also, ich möchte gerne einfach nur das alles erzählen, was ich darüber weiß. Und mein Wissen kommt einfach daher, weil ich an dem Platz Marlo Mühle das Fallschirmspringen gelernt habe. Und ich hatte meinen ersten Sprung in der Tat. Möllemann ist am 5. Juni 2003 gestorben. Das war ein Donnerstag. Und ich hatte am 5. Juni 2004 meinen ersten Alleinsprung. Einen sogenannten Af-Wan-Jump. Af bedeutet Accelerated Freefall Ausbildung. Und da lernst du dann in sieben Sprüngen musst du bestimmte Level durchlaufen und die bestehen. Und dann sind die Lehrer sich sicher, dass du, wenn du aus dem Flugzeug springst, diesen Sprung auch überleben wirst. Ja. Und das war früher ein bisschen anders. Da war die Ausbildung, die fing dann an mit flachen Sprüngen, so aus 1500 Metern Höhe. Meistens an der Kette. Das heißt, man sprang raus und der Fallschirm hat sich dann automatisch geöffnet, weil der wurde quasi am Flugzeug wurde der Öffnungsmechanismus installiert, so dass wenn du rausgesprungen bist, du gar nicht ziehen musstest, sondern sich der Fallschirm automatisch geöffnet hat. Wie beim Militär. Genau. Und dann bist du langsam immer wieder höher gegangen, ja. Und das hat sich dann aber geändert und dann wurde diese AFF-Ausbildung, also A Celebrated Free Fall, wurde dann eingeführt und die hat sich auch bewährt. Ja. Ja, gut, ich habe das Springen dann, also ich habe 2004, am 5. Juni, genau ein Jahr nach Möllemanns Tod, an seinem Todestag, meinen ersten Alleinsprung gemacht und das war schon ein komisches Gefühl, weil es geht, zum Flugplatz geht eine Allee und an jedem zweiten Baum hing ein Bild von Möllemann und erinnert an ihn und da habe ich schon so gedacht, ob das so eine gute Idee ist, mit dem Fallschirmspringen halt anzufangen und den ersten Sprung zu machen an so einem Tag, aber es ist alles super gelaufen. Ist übrigens auch noch im Netz zu sehen, das Video, vielleicht kannst du es dann hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Da sehe ich auch noch ein bisschen jünger aus als jetzt. Klar, schick uns den Link, kein Problem. Ja. Gut, also 2004 hatte ich den ersten Sprung und habe dann aber erst 2008 die Ausbildung tatsächlich angefangen. War einfach so, dass ich 2004 und in der Zeit danach nicht das Geld hatte dafür und erst 2008 mir dann diese Ausbildung zusammengespart habe, weil es ist tatsächlich nicht ganz so preiswert. Diese Ausbildung kostete damals, meine ich, 1300 Euro und was dann teuer wird, ist halt das ganze Equipment, was man kauft und da ist man, wenn man es neu kauft, schnell bei 10.000, 12.000 Euro. Ich habe meine Sachen gebraucht gekauft, die lagen dann so bei 5.000, 6.000 Euro. Ja. So, und dann war es natürlich so am Platz, man lernt die ganzen Springer kennen, auch die alteingesessenen, die schon zigtausend, ja, Sprünge hinter sich haben und in der Tat habe ich dann fast alle Springer persönlich kennengelernt, die mit Möllemann im Flugzeug saßen. Und habe dann natürlich immer so gefragt, einfach aus Interesse, was ist denn passiert an dem Tag eigentlich? Ja, und das möchte ich jetzt schildern und ich möchte es gerne, also offen halten, ich werde alles schildern, was ich darüber weiß, von Augenzeugen, von Leuten, die am Platz waren und ich habe mir dann, ich hatte damals auch gedacht, ja, der ist bestimmt ermordet worden wegen dem Flugblatt, wegen der Flugblatt-Affäre, wo er ja Israel angegriffen hat und auch den Friedmann, ja. Hast du das vielleicht da? Ich gucke gerade mal diese Flugblatt-Affäre, erzähl einfach mal weiter, ich such mal, ja. Ja, okay. Ja, und dann habe ich halt diesen ganzen Tag für mich so rekonstruieren können, was da passiert ist. Und das fing einfach damit an, dass er zum Platz gekommen ist und man muss wissen, dass Mölli, also man hat ihn in den Fallschirmspringer-Kreisen mal Mölli genannt, Mölli hatte eigentlich seine Heimat-Dropzone in Münster und er kam gar nicht so oft nach Mahl, ab und zu, man springt auch gerne als Fallschirmspringer mal an anderen Plätzen, aber er ist nach Mahl gekommen. Und er kam dann an zum Platz und das Erste, was sehr komisch war, das hat mir diejenige Frau erzählt, die damals am Moneyfest Dienst hatte. Und das Moneyfest, das ist so eine Art, ja, so eine Art Baucontainer, die steht in der Packhalle, wo man seine Fallschirmspringer packt und in der Regel passenden Flieger, wir hatten eine Cessna Caravan immer da, ist ein beliebtes Absetzflugzeug für Fallschirmspringer und an dem Tag, als Möllemann gesprungen ist, in den Tod gesprungen ist, war allerdings eine Pilatus Porter da und das wird später noch wichtig, weil das war die eigene Maschine von Möllemann, die gehörte ihm. Und in die Pilatus Porter passen maximal zehn Springer und ist ein sehr, sehr beliebtes Flugzeug bei Fallschirmspringern, weil die Maschine sehr wenig Platz braucht, also zum Starten und Landen, ja, die geht also sehr schnell hoch und die hat eine sehr, sehr gute Steigfähigkeit, also man ist sehr, sehr schnell in 4000 Metern Höhe, ja, und es dauert, ich denke, so fünf bis zehn Minuten kürzer, als wenn man mit einer Caravan nach oben geht, ja. Gut, er kam zum Platz und das Erste, was er gemacht hat, war, er ging zum Moneyfest und das hat mir die erzählt, die damals Dienst hatte und gab seine Autoschlüssel ab und eine Telefonnummer und sagte dann, ja, halt das mal hier, falls was passiert. So, und damals, also die Regine hatte Dienst und die fand das komisch, hat das in dem Moment aber nicht damit in Verbindung gebracht, dass sie gedacht hat, hä, will der sich umbringen, so weit hat die gar nicht gedacht, sie fand es nur merkwürdig. Das machen Fallschirmspringer auch nicht, dass sie vor jedem Sprung sozusagen irgendjemand ein Testament in die Hand geben, so nach dem Motto, ich spiele hier mit meinem Leben in case of oder so. Nein, gar nicht. Also es ist so, das Moneyfest, das Moneyfest, die haben halt viel zu tun, den ganzen Sprungtag über und da gibt es ja eine Wand und da sind, das ist so eine Holzwand, wo du deine Taschen, wo du deine Taschen reinstellst, ja, also das sind so bestimmt 50, 60 Fächer, ja, wo du dann deine Sachen reinstellst und ich bin mir sicher, wenn ich zum Moneyfest gegangen wäre und hätte gesagt, hier, nimm mal meine Autoschlüssel und eine Telefonnummer, dann hätte die gesagt, hey, lass mich in Ruhe, nimm, was soll das, nimm das weg. Nur bei Möllemann war das natürlich ein bisschen was anderes, ja. Naja, auf jeden Fall ist sie dann, fand das irgendwie komisch und hat das dann dem Sprungdienstleiter erzählt. Ja, Guido ist, Guido ist, war mal Weltmeister im Skysurfen und zigtausend Sprünge und er ist halt Sprungdienstleiter und der sorgt dafür, dass alles ordentlich immer abläuft und dem war das auch komisch und der hat daraufhin dann den Möllemann beobachtet und dann war der vor der Halle am Parkplatz und ist da rumgelaufen und hat aufgeregt telefoniert und war so anders als sonst, weil sonst war Möllemann wohl immer ein ganz entspannter, geselliger Typ und er war halt sehr aufgeregt und man muss wissen, an dem Tag, an diesem Donnerstag ist ihm seine Immunität als Bundestagsabgeordneter entzogen worden. Und vorgehend war das mit dieser Flugblatt-Affäre, richtig? Genau. Ich habe hier gerade mal einfach nur eine Google-Suche gemacht, Flugblatt-Affäre Möllemann, da ging es um dieses Flugblatt hier, da ging es irgendwas um mit Michel Friedmann und Ariel Sharon. Weißt du noch, um was es da genau ging? Es war so ein Wahlkampf-Flugblatt, oder? Genau, es war ein Wahlkampf-Flugblatt, was in alle Haushalte verteilt wurde und ich hatte es noch mal durchgelesen. Das waren halt Sachen, wo er halt Israels Ministerpräsidenten Ariel Sharon beschuldigt hat wegen den Palästinensern. Es ging da auch um einen eigenen Palästinenser-Staat und er hat halt Michael Friedmann da auch angegriffen. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wenn die Zuschauer ja selber mal anschauen. War ein Riesen-Hickhack damals, ging mega durch die Presse. Ja, war eine Riesen-Affäre. Genau. Gut, ja, der Guido hatte dann den Möllemann die ganze Zeit so beobachtet und er hat mir dann gesagt, ich hätte ihn normalerweise gegroundet. Gegroundet heißt, du darfst nicht ins Flugzeug springen. Ist zum Beispiel oft, wenn du zum Beispiel am Platz, gibt es immer Regeln, ja. Und im Mal war halt die Regel, dass du maximal, also du musst bei mindestens 800 Metern ziehen. Ja, grundsätzlich galt immer 1000 Meter, aber dann die Profis, die haben dann ein bisschen tiefer gezogen. So, und wenn du zum Beispiel dich auf 600 fallen lässt und dann ziehst, ja, dann verstößt das gegen die Regeln und dann kannst du an dem Tag nicht mehr springen oder es sind auch schon Leute für eine Woche gesperrt worden, weil sie in der Luft irgendwas Gefährliches gemacht haben. Und ja, Guido sagte mir halt, er hätte Möllemann an dem Tag nicht springen lassen. Das Problem war, die Pilatus-Porter gehörte Möllemann. So, und er kann nicht, als Sprungdienstleiter jemanden verbieten, in sein eigenes Flugzeug zu steigen. Ja, gut. Die erste Sache. Dann die zweite Sache war, dass eine Fünfergruppe sich zusammengefunden hatte zum Springen und die hatten Möllemann eingeladen, ja, mitzuspringen. Also statt einen Fünferstern, dann einen Sechserstern zu machen. Ja, und das hat er abgelehnt. So, und das ist eine Sache, die es auch, wenn man Falschspringer ist, muss man das verstehen. So, die ersten, weiß ich nicht, 50, 60 Sprünge oder so, da macht es vielleicht noch Spaß, alleine aus einem Flugzeug zu springen. Und wenn du aber diese 50, 60, 70 Sprünge hinter dir hast, dann macht das keinen Spaß mehr. Du hast dann irgendwann die Freigabe, dass du auch mit anderen springen darfst. Hängt jetzt von bestimmten Faktoren ab, was du können musst. Du musst tracken können, das heißt, du musst dich in der Luft halt schnell wegbewegen können. Dann nimmst du so die Hände nach hinten und trackst. Und das ist wichtig für die Separation. Das heißt, wenn du mit drei Leuten springst, dann wird bei, meistens dann bei 1500 Metern wird abgewunken, dann drehen sich alle um und fliegen sternförmig auseinander, damit sie Platz haben für die Öffnung. Also so Mission Impossible mäßig, Tom Cruise. Genau, das macht tierisch Bock. Das macht tierisch Spaß. So, und dann düst du, du kriegst auch richtig Geschwindigkeit drauf und düst weg. Dann schaust du auf den Höhenmesser und bei 1000 Metern winkst du dann ab und pullst den Schirm. Und dann sind alle weit genug auseinander, sodass keiner sich ins Gehege kommt. So, und ja, wenn du dann die Sprünge hast, es ist also total langweilig, alleine irgendwann aus dem Flugzeug zu springen. Einfach deswegen, weil das ist so, wie wenn du alleine Tischtennis spielst oder alleine Fußball im Garten. Das macht keinen Spaß, weil Fallschirmspringen ist auch ein Mannschaftssport. Es gibt natürlich Disziplinen, wie die Zielspringer. Die Zielspringer, die springen immer alleine aus dem Flugzeug. Die haben auch spezielle Schirme. Und bei der Disziplin ist es halt so, dass sie möglichst genau landen wollen. Das heißt, die müssen dann mit dem Fuß direkt aufs Ziel treten bei der Landung. Das ist eine Disziplin, die ist jetzt nicht so beliebt, aber bei uns am Platz war einer, der das praktiziert hat. Aber in der Regel ist es beim Fallschirmspringen so, dass es ein Mannschaftssport ist und du springst immer mit einem anderen oder mit möglichst vielen. Und das gilt sowohl für die RW-Springer, das heißt Relative Work, das sind die Bauchflieger, die also auf dem Bauch ihre Figuren machen. Und das gilt aber genauso für die Free Flyer, die halt in der Regel auf dem Kopf oder im Sitzen fliegen. Das ist halt nochmal eine Disziplin, die man lange, lange üben muss und die auch nicht einfach ist. Ich habe es nie gemacht, ich habe es nie versucht und ich bin halt immer Bauchflieger gewesen. So, also es war schon, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man sagt, nee, ich springe alleine. Ja, so, weil es einfach langweilig ist. Ja, du kannst dann da in der Luft liegen, kannst vielleicht mal ein Salto machen oder eine Rolle, aber das bringt das, ja. Das ist also langweilig. Okay. Ja, dann war es so, dass dann in den Pfleger die Fünfergruppe eingestiegen ist. Die ist auch als erstes gesprungen. Als zweites war Möllemann dran. Entschuldigung. Und dann kam, was man mir berichtet hatte, ein Tandem war in der Maschine und zwei Birds. Birds sind die, die diese Wingsuits anhaben, wisst ihr, diese Flügelanzüge, ja, die also sehr lange in der Luft auch verbleiben können. Und ja, die Sprungreihenfolge ist beim Fallschirmspringen festgelegt. Und an den meisten Plätzen der Welt, also ich habe nie einen Platz kennengelernt, wo es anders war, da ist es so, dass große Gruppen, also große RW-Gruppen, die springen als erstes. Also zum Beispiel eine Achtergruppe springt vor einer Vierergruppe oder in dem Fall jetzt eine Fünfergruppe springt vor einem Einzelspringen. Ja, also große RW-Gruppen gehen immer zuerst raus. So, dann kommen die kleinen RW-Gruppen und dann gehen die Freeflyer raus. Und als letztes kommen dann die Tandems und ganz zum Schluss springen die Birds. Und das hat einfach damit zu tun mit der Abdrift. Aber das wäre, glaube ich, jetzt so kompliziert, das zu erklären. Es hat sich bewährt, weil das das Sicherste ist, damit sich niemand in der Luft ins Gehege kommt. Weil so eine große Gruppe mit fünf oder zehn Leuten oder noch mehr, wenn die zusammenfinden, haben die eine viel größere Abdrift als jetzt ein Einzelspringen. Und die Freeflyer, die halt auf dem Kopf quasi springen, also quasi in der Luft stehen oder in der Luft sitzen, die haben keine so große Abdrift. Ja, auch nicht als Gruppe, weil die viel schneller eine viel höhere Fallgeschwindigkeit haben als ein Bauchflieger. Ja. Okay. So, dann geht's weiter. Was man mir erzählt hat. Die Fünfergruppe springt raus. So, dann kommt Möllemann. Und dann kam halt das Tandem und dann die beiden Börds. So, und was dann auffällig war, war, dass Möllemann in einer sehr großen Höhe schon seinen Hauptfallschirm, also man sagt Hauptkappe, die Hauptkappe gezogen hat. Und normal pullt man bei 1000 Metern und er hat aber schon in einer Höhe von, das ist unterschiedlich, weil es auch schwer einzuschätzen ist vom Boden. Du kannst nicht genau sagen, waren das jetzt 1600, 1700, 1800, 1900 Meter. Also man hat mir gesagt, die einen haben gesagt, ja, also 1600, einer hat gesagt, 2000 Metern, dann hat er seinen Schirm gezogen. Ungewöhnlich hoch. Ja, und dann ist er rumgeflogen mit dem Schirm. So, und jetzt folgendes. Wenn ein Springer seine Hauptkappe pullt und irgendwas stimmt nicht mit dieser Hauptkappe, dann sieht man das vom Boden aus. Das Besondere bei Möllemann war auch, dass er einen Fallschirm hatte, der war in der Mitte gelb und an den Außenrändern blau und seine Initialen waren auf dem Schirm zu sehen, JWM. Ja, man konnte ihn also sehr, sehr leicht, konnte man ihn als Jürgen Möllemann identifizieren in der Luft, ja, anhand seines Schirms. Ja, und wenn ein Schirm, wenn du die Hauptkappe pullst und die öffnet sich und irgendwas ist damit nicht in Ordnung, zum Beispiel, was passieren kann, ist ein Leinenüberwurf, ja, dann siehst du das vom Boden aus, weil der Schirm sich dann dreht und du siehst, der Springer hat ein Problem mit seiner Hauptkappe, das habe ich zigmal gesehen, ja, oder es kann auch passieren, ja, dass sich der Schirm nicht richtig öffnet, ja, solche Sachen, aber dann siehst du immer, wie die Springer Probleme haben in der Luft. Bei Möllemann war es so, das haben mir zig Leute bestätigt, dass er mit seiner Hauptkappe ganz normal geflogen ist, ja, er ist ganz normal zum Platz geflogen, er war sehr hoch und dann kommt noch was Besonderes, dass er quasi gewartet hat, bis alle Springer gelandet waren. Selbst die Birds sind vor ihm gelandet und er war noch in der Luft. und dann ist er zum Platz geflogen und über dem Platz hat er dann in einer Höhe, kann man auch nicht so genau sagen, ob das jetzt 500, 600, 700 Meter waren, in der Höhe, hat er seinen Hauptschirm abgetrennt. Wie geht das? Muss man das schneiden oder ist da... Nein, nein, ich habe hier meinen Fallschirm mal zur Ansicht. Ich habe da mal was mitgebracht. Ja, aber das wird gewusst, sehr gut. Geil. Okay. Das ist mein altes Gerät hier. Kann man mich noch hören, ja, ne? Super, alles gut. Okay. Also. Ähm. Ich müsste den eigentlich jetzt anziehen, aber ich glaube, ich komme da gar nicht mehr rein, weil ich war damals schlanker. So, also du hast, du hast hier, hast du die Reserve, das ist der Reservegriff. Ja. So, dann hast du hier, hast du das Trennkissen. So, und jetzt mache ich mal die Notfallprozedur vor. Machen wir mal vor. Die geht, funktioniert so. Wenn du ein Problem mit deiner Hauptkappe hast, dann heißt es, so haben wir es gelernt am, am Platz im Mahl, und so wird es auch sehr viel gelernt. Also, das heißt, schauen, greifen. Ja, du hast dann das Trennkissen in der Hand. Und dann schauen, greifen. Dann greifst du in die Reserve. Trennen. Dann holst du das Trennkissen weg. Trennen. Dann kommt ein langgezogenes UND. Reserve. Trennen und Reserve. Das UND ist dafür da, dass der Hauptschirm, also genug Zeit hat, wegzufliegen, dass der weg ist, damit deine Reserve, wenn du siehst, nicht in den Hauptschirm donnert. Was macht das Trennkissen? Löst es die Verbindung vom Schirm mit dem Gurtzeug? Genau. Genau. Wenn du hier ziehst, dann trennt sich der Fallschirm, die Hauptkappe von dem Gurtzeug. Ist ja eigentlich ein gefährlicher Knopf, oder? Den sollte man eigentlich nicht unbedingt benutzen, oder? Ja, du musst den aber benutzen, wenn du ein Problem hast. Wenn du ein Problem hast, ja. Aber wenn der jetzt hier gerade so quasi schon förmlich in der rechten Hand liegt, regelrecht, das lädt ja regelrecht dazu ein. Das ist ja jetzt Käse. Also, du musst auch richtig dran ziehen, du brauchst auch Kraft. Also, es ist nicht so, dass du auf einmal so wegflattern kannst. Klar, okay. Also, es ist die Notfallvorrichtung für den Fall. Okay. Was schon passiert ist, das ist, wenn Gruppen aus dem Flieger gesprungen sind, dass sie sich in der Luft irgendwie verhakt haben und irgendeiner hat aus Versehen dann das Trennkissen abgetrennt und dann flattert das so in der Luft rum. Ja? Das ist ja ein Klettverschluss. Ja, und das ist natürlich auch blöd, wenn du dann in Probleme kommst und das Ding flattert in der Luft rum, du wirst es wahrscheinlich greifen können, aber es ist halt doof. Ja, aber ansonsten ist das schon absolut ausgereift. Klar, man muss halt wissen, was man tut. Keine Frage. Und der normale Griff zum Pullen ist hinten, oder? Du musst hinten rausziehen, oder? Oder wie funktioniert das? Also, das funktioniert so. Du hast hier das Hand Deploy. Ja? Und in der Luft ziehst du das und dann hast du hier den Hilfsschirm. So. Ja. Wo sieht der Hilfsschirm aus? Okay, der bläst sich auf. Du nimmst den und wirfst den in die Luft. Kräftig. Ja? Der Hilfsschirm füllt sich mit Luft und der zieht dann Seht man das? Ja, ne? Das ist ganz schön schwer, ne? So, und der zieht dann hier Das ist hier der Loop und dann zieht er hier diesen Pin raus. Ein Splint raus, ja. Dann öffnet sich die Klappen und der Hilfsschirm zieht dann den Hauptschirm, die Hauptkappe aus dem Container. Mhm. Ja, so funktioniert das. Es war früher mal so, dass du tatsächlich hier auch so ein Handdeploy hattest, ein Kabel und dann hat der, das Kabel hat dann den Container geöffnet und hier drin war dann ein, der Hilfsschirm war hier mit drin verpackt und hatte eine Feder und sprang dann raus. Nur das System, dass man den Hilfsschirm gleich in die Luft wirft, ist sicherer. ist deutlich sicherer als das mit dem, mit dem Kabel, ja. Helmut, wie oft musstest du den bei deinen 487 Sprüngen deinen Hilfsschirm benutzen? Meinen Hilfsschirm bei jedem Sprung? Ja. Damit öffne ich ja die Hauptkappe. Nein, nein, nicht den Hilfsschirm. Ach so, für den, für den normalen Pult dann? Das ist der, der Öffnungsmechanismus für den normalen. Okay, aber musstest, musstest du schon mal mit diesem, äh, roten, äh, Ding sozusagen auch deinen Hauptschirm trennen und, äh, auf Ersatzschirm umstellen? Ist dir das schon mal passiert? Ich hatte drei Situationen, wo ich, ähm, die Notfallprozedur eingeleitet hatte, aber es dann nicht nötig war, weil sich meine Hauptkappe noch geöffnet hat. Okay, aber da steigt der Puls, glaube ich, erst mal ordentlich, oder? Ähm, ja, ich lege das nach, muss ich auch ein bisschen was... Also für mich wäre das gar nichts, ja, ich bewundere das, ich könnte nicht aus einem Flugzeug springen. Macht Spaß, wirklich. Glaube ich, glaube ich sofort, ich könnte es trotzdem nicht. Also ich hatte, ich hatte dreimal die Situation und das ist das, äh, was recht häufig passiert ist, das heißt, du wirfst den Hilfsschirm in die Luft, in den Wind, ja, so, und dann kann der Hilfsschirm, äh, irgendeine Böe bekommen und dann liegt da hinten auf deinem, auf deinem Rigg der Hilfsschirm, weil er keine Luft gekriegt hat. Mhm. So. Dann wartest du einen Moment und wenn dann sich nichts tut, ja, dann fängst du an, dich zu schütteln. Dass der Hilfsschirm irgendwie Luft kriegt, ne? So, und da hatte ich dann dreimal, dass das ein bisschen lang gedauert hat. Ich habe mich die ganze Zeit geschüttelt, und habe dann den, äh, ja, die, äh, Notsituation quasi eingeleitet, die Reserve. Schauen, schauen, greifen, schauen, greifen. Und so hängst du dann in der Luft und schüttelst dich. So, und jedes Mal war es dann so, dass der Hilfsschirm dann doch noch Luft bekommen hat. Ja? Und den Hauptschirm dann rausgezogen hat. Wichtig dabei ist, 600 Meter ist die Entscheidungshöhe. In 600 Metern musst du am Schirm hängen. Ja? Sonst ist es zu spät. Ja? Das heißt, du guckst auf deinen Wecker, auf den Höhenmesser, und bei 600 Metern musst du Notfallprozedur einleiten. Mhm. Und nicht hoffen, dass der Hauptschirm irgendwann doch noch kommt, ja? Nein. Ja, okay. Nein. 600 Meter ist absolut die Höhe, wo du am Schirm hängen musst. Okay, also das, ja. Habt ihr erstmal Fragen jetzt? Nein, aber das deutet ja, also doch, es deutet ja alles schon sehr viele Indizien darauf hin, dass hier ein geplanter Suizid stattgefunden hat. Also so wäre jetzt mal meine Interpretation aller vorliegenden Fakten. Und dass er das halt in seiner eigenen Maschine gemacht hat, was überhaupt erst das Ganze, so wie du es beschrieben hast, möglich gemacht hat, deutet ja ebenfalls darauf hin, dass er seine Autoschlüssel abgegeben hat, etc. pp. Also aufgrund der Fakten, die du jetzt genannt hast, scheint es doch recht eindeutig zu sein, oder? Was mir nicht klar war, das hatte ich auch dann den Guido, also den Sprungdienstleiter gefragt, warum hat der so hoch gezogen? Wollte der sich nochmal die Welt angucken, oder was? Ich glaube, das war um andere zu schützen. Und dann hat er gesagt, nein, der wollte einfach niemanden verletzen. Genau. Ja, er wollte einfach, wenn du, angenommen, er wäre in der Fünfergruppe, wäre er mitgesprungen. Ja? Und hätte sich dann einfach durchfallen lassen. Die Chance, jemanden zu treffen, dann ist nicht so hoch, aber es könnte passieren. Und ich denke, Möllemann war so anständig, dass er das nicht wollte, dass er irgendjemanden eventuell trifft. Aber hätte er dann nicht eigentlich auch einfach per Reihenfolge als letzter springen können? Nein, die Sprungreihenfolge ist ja vorgegeben. Also nochmal, große RW-Gruppen, also RW sind die Bauchflieger. Ja, ja. Springen. Ach so, das sind keine Formationsflüge, sondern das sind einfach nur alle Bauchspringer, die aber jeder für sich einzeln springen. Ob die dann Formationen machen oder nicht, ist ja egal. Okay, ja. Nein, nochmal, ich glaube, du hast es noch nicht richtig verstanden. Die Sprungreihenfolge ist vorgegeben. Und die ist, es gibt da mal unter Fallschirmspringern gibt es so Streit, ob das denn so richtig ist und so weiter. Gut, auf jeden Fall hat jeder Platz seine Regeln. Und an allen Plätzen, an denen ich gesprungen bin, war es immer die gleiche Reihenfolge. Das heißt, eine große Bauchfliegergruppe, meinetwegen fünf Leute, die zusammen eine Figur fliegen, springen vor kleineren Bauchfliegergruppen. Das habe ich verstanden. Das heißt, ein Zehner springt vom Fünfer oder ein Zehner vom Achter und so weiter. Dann kommen die Einzelspringer Bauchflieger. Okay. Dann kommen die großen Freefly-Gruppen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter. Da kommt ja immer auf die Größe des Flugzeugs an. Wie viele Reihen passen, wie viele Springer. Dann kommen die kleinen Freefly-Gruppen oder Freefly-Einzelspringer. Ja, dann kommen die Tandems und dann kommen die Birds. Okay, also diese Reihenfolge wurde schon eingehalten. Da gibt es jetzt keine... Natürlich, die kannst du auch nicht... Da kannst du nicht hingehen und kannst die ändern. Das ist festgelegt. Das ist eine feste Regel. Okay. Hatte ich von falsch verstanden. Ich dachte einfach von großen Gruppen und er ist ja alleine gesprungen. Hatte ich falsch verstanden. Aber klar, dann macht es natürlich umso mehr Sinn, dass er in 1600 Meter dann den Fallschirm schon gezogen hat und gewartet, bis alle anderen unten sind. Ja, man kann es nicht genau sagen. Manche haben ja gesagt, das war höher als 1600 Meter. Aber wie auch immer, er hat halt gewartet, bis alle anderen durch sind. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit du in deiner Erzählung schon warst, weil wir das ja off-camera auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Das Letzte, was ich jetzt weiß, ist, er hat viel zu früh gezogen, hängt da oben, guckt, dass alle anderen unten sind, sogar schon die Birds, die mit den Wingsuits. Und dann hat er seine Hauptkappe getrennt. Über den Platz, direkt über den Platz. Er ist also zum... Genau, da waren wir jetzt gerade. Landeplatz geflogen, da, wo alle landen. Das ist in Mahl, ist das eine Wiese, eine große Wiese, also es ist Landwirtschaft und die Wiese hat aber der Verein gepachtet und die ist auch sehr groß. Und ja, das ist halt, da steht dann halt der Windsack. Ist das das Bild, was ich hier gerade gefunden habe? Ist das der Flugplatz Mahl? Ja, das ist Mahl, genau. Okay. Ja, genau. Und, ähm, also, du musst, der Landeplatz ist links, da wo das, da siehst du auch das Kreuz, das gelbe Kreuz da unten, in der Ecke, seht ihr das? Das da? Dieses T, dieses Lande-T, ist kein Kreuz, ist ein T. Das da? Nee. Nee, 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 nicht, äh... Links unten auf der Wiese. Ah, da, jetzt hab ich's, ja, alles klar, hier. Genau, das ist das T. Mhm. Das Lande-T. Okay, und, äh, das zeigt auch an, wie du landen sollst, wie die Windrichtung ist. Mhm. Wenn man immer gegen den Wind landet, wegen der Aufsatzgeschwindigkeit, ja. Ganz genau, ganz genau. Aber ist das nicht ein bisschen nah an der Straße? Sorry, ist jetzt vielleicht eine sehr naive, laienhafte Frage. Ähm, ja, wenn du doof bist, landest du auf der Straße, ja. Okay. Das ist auch, ist auch ganz witzige Sache. Es gibt so ein Fallschirm-Handbuch, ne, da steht so alles drin, was du machen musst. Da wird dann beschrieben, wie du zum Beispiel auf einem Flachdach landen sollst, wie du, äh, auf einem Steildach landen sollst, wie du auf einem Baum landen sollst. Und das wird alles ausführlich beschrieben, worauf du achten musst. Wasserlandung, wenn du aus Versehen im Wasser landest. Und dann kommt die Stelle, ähm, was, äh, was tut man, wenn man in einer Stromleitung landet, ja, oder festhängt. Und dann steht der Einsatz, man fliegt nicht in Stromleitungen. Okay. Genau, ein Satz. Okay, ich verstehe. Okay, lass uns aber zurückkommen zu dem Moment, er trennt die Hauptkappe und das wurde auch am Boden beobachtet. Also man hat, also man hat, genau. Und dann haben sie, also du musst, du musst dir vorstellen, er hatte eine voll funktionsfähige Hauptkappe, mit der er minutenlang rumgeflogen ist. Ja? So, genau, das ist sein Schirm. Ja. Minutenlang fliegt er damit rum zum Platz. Es ist nichts zu sehen, dass er irgendein Problem mit dem Schirm hat. Und das sieht man immer. Man sieht immer, wenn was mit dem Schirm nicht stimmt. Ein Klapper zum Beispiel, dass eine Seite einklappt oder sonst irgendwas, ja. Ja, oder wenn Leinen gerissen sind, das ist meistens gar nicht so schlimm, wenn eine Leine gerissen ist. Es ist doch nicht mal schlimm, wenn eine Steuerleine gerissen ist, weil du dann mit den Reisern lenken und landen kannst, ja. Du packst dann in die hinteren Reiser, also in die Reiser und damit kannst du den Schirm lenken und du kannst den auch landen, ja. Selbst eine gerissene Steuerleine ist jetzt kein Grund, seine Hauptkappe abzutrennen. So, er fliegt also zum Platz und dann trennt er den Hauptschirm ab und lässt sich kontrolliert in Freifallposition, in Boxposition, ja, nennt man Boxposition, zum Bodenfall, ohne irgendwas zu versuchen, deine Reserve zu ziehen oder irgendwas zu ziehen. Nichts. Und reißt sich dann noch in geringer Höhe von, weiß ich, das ist immer so schwer dann einzuschätzen, auch weil alles so schnell geht. Manche haben gesagt, 60 Meter, 80 Meter, 100 Meter, reißt er sich seine Brille vom Kopf, ja. Du hast ja so eine Schutzbrille, ja. So, und reißt sich seine Springerbrille vom Kopf. Schlägt auf. Ist sofort tot. Der Sprungdienstleiter ist sofort zu ihm hin und hat das Cypress kontrolliert. Das was? Das Cypress. Okay. Ja. Und das Cypress, das ist ein, ja, wie soll man es sagen, ein Gerät, ein Höhenzeitauslöser. Und das ist auch das einzige elektronische an so einem System. Und dieses Cypress-System misst ständig deine Geschwindigkeit und die Höhe. Mhm. So, und dann ist es so, dass jetzt bei Springern mit Lizenz wird dieses Cypress so eingestellt, dass wenn du in einer Höhe von 225 Metern noch eine zu hohe Geschwindigkeit hast, dieses Cypress automatisch die Reserve auslöst. Zusätzlich. Ja, was heißt zusätzlich? Wenn du am Hauptschirm hängst, hast du ja keine zu hohe Geschwindigkeit. Okay, gut. Also ist quasi immer nur für den Fall, dass du nicht am Schirm hängst, sozusagen. Genau. Also du misst Geschwindigkeit und Höhe. Mhm. Wenn du in einer Höhe von 225 Metern noch zu schnell, dann geht, ist in diesem Cypress-System, also es ist so eine Pyro-Ladung mit einem Cutter und die kappt das Kabel, das den Reservecontainer verschließt. Und dann öffnet sich automatisch die Reserve. So, und in der... Sie bitte? Bei 225 Metern nicht viel zu spät, wenn du bei... Nein, 225 Meter ist in Ordnung. Die Reserve geht schnell auf. Okay. Dann ist es so, dass das System ja gedacht, dafür gedacht ist, dass wenn du zum Beispiel in der Formation fliegst, irgendeiner macht irgendeinen Mist und kracht auf dich drauf mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit. Und du wirst unmöglich. Das fliegt zum Beispiel die Formation viel zu schnell an. Ja. Oder du kriegst irgendeinen Fuß voll in die Fresse. Ja, wirst bewusstlos. Vogelschlag, Kann das auch sein? Was denn? Auf einen Vogelschlag, dass du von oben auf einen Raben draufknallst. Ist das auch schon mal vorgekommen, dass jemand unbefältig wird? Nee. Sind die Vögel zu schlau wahrscheinlich? Wir haben ja fast auf einem Hasen, auf einem riesigen, schönen Wildhasen gelandet. Und der wusste gar nicht, wie ihm ist, aber du kannst dann ja immer noch ein bisschen korrigieren, aber der Hase war sehr verstört. Okay, wir sind in der Luft. Dieses Cypress-System hätte auslösen sollen und das hat der Flugplatzleiter, der Sprungleiter sofort kontrolliert und was hat er festgestellt? Das war ausgestellt. Und das kann nur derjenige machen, der den Schirm packt oder der das Ding bedient, oder? Nein, nein. Das Prozedere ist folgendes. Also, wenn ich zum Platz gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Schirm aus meinem Rollkoffer geholt habe. So, und dann funktioniert das Ganze so, das kann ich euch auch zeigen. Also, hier oben ist die Reserve verpackt und im unteren Container ist die Hauptkappe. So, und jetzt sieht die Reserve, sieht das so aus. Das Cypress, oh, ich kann mal... So, dieses kleine Gerät hier ist das Cypress. So, und da musst du das ganz gezielt anmachen, weil du musst drücken, so, da habe ich nicht schnell genug gedruckt, du musst es also ganz gezielt anmachen und fünfmal kann auch sein, dass die Batterie jetzt schwach ist oder leer ist. Ja. Ich bin ja schon letzten Sprung an, ich glaube ich 2014, also vor zehn Jahren. Ach so, das Gerät hast du seit zehn Jahren nicht benutzt, oder? Nee. Okay, alles klar, dann ist das jetzt... Ja, ich musste leider mit dem Sport aufhören, weil ich erkrankt war. So eine blöde Hautgeschichte, die mich fünf Jahre lang intensiv beschäftigt hat und ja, deswegen konnte ich dann nicht mehr springen. Aber alles gut jetzt. Okay, Cypress. Entschuldige. Ich bin gerade immer noch so bei diesem Moment, ich bin selber Gleitschirm geflogen, weißt du, ich habe ein bisschen eine Idee von diesem ganzen Fallschirm Thema oder von diesen ganzen Themen, aber diese Dose, es ging ja das Gerücht rum, dass eben genau dieses System nicht gefunden wurde und da haben dann eben diese ganzen Verschwörungstheorien angefangen, so nach dem Motto, der einzige Beweis, der gezeigt hätte, ob Selbstmord war oder nicht, er ist verschwunden, deswegen muss es ein Anschlag gewesen sein. Guck mal, Robert, und genau das ist Käse. Also dieses Cypress, kriegst du hier nicht einfach raus, das fliegt nicht weg. Ja, ja. Und das ist das Schlimme, dass viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von dem Sport haben und von einem falschen System dann irgendeinen Mist erzählen. Ich habe auch gelesen, zum Beispiel, der Reservegriff wurde nicht gefunden. Ja? Nein, Käse. Das, was sie gesucht haben, was sie gesucht haben, das war das Trennkissen. So, und das Trennkissen ist sehr leicht. Ja? So, und er hat es gezogen und weggeworfen. So, und dann war das das Einzige, was nicht in der Nähe von Möllemann gefunden wurde. Dann kamen am nächsten Tag, ich weiß nicht wie viele, ich habe es nur erzählt bekommen, also eine Hundertschaft, ich weiß jetzt nicht, ob es 100 Polizisten waren, auf jeden Fall mit Suchhunden. Und die sind dann die ganzen Felder abgelaufen und haben dieses Trennkissen gesucht. Ja? Genau. Also hier auf der unteren Seite, also südlich, diese ganzen Felder sind die abgelaufen, um dieses Trennkissen zu finden. So, und dann hat mir Kaba erzählt, das ist ein Springer, cooler Typ, so, der kam am nächsten Tag zum Platz und, also am Freitag und sah dann die ganzen Polizisten und hat gefragt, was suchen die denn da? Ja, die suchen das Trennkissen. Dann ist er zum Tower gegangen und hat sich die Winddaten vom Vortag geholt, hat sich dann hingesetzt und hat dann berechnet, sozusagen, geguckt, wo könnte das Trennkissen denn hingeflogen sein, weil das fliegt weg. Aha. Ja? Der Reservegriff, der ist aus Metall, der fliegt nicht weit weg, der geht gerade mit runter. Ja? So, und dann ist er zur Polizei gegangen, zu dem Einsatzleiter und hat gesagt, hör mal, ihr sucht da falsch. Das Trennkissen liegt irgendwo an der Landebahn. Schau mal da, du hast es im Bild, unten, südlich an der Landebahn, da in dem Bereich. Ja. So, und die haben dann irgendwie so eine Viertelstunde, nach einer Viertelstunde hatten sie es gefunden. Ja? So, das ist, das ist die Geschichte hinter diesem mysteriösen, verschwundenen Teil. Mhm. Ja, also, Quatsch, ne, weil das Cyprus, das kriegst du nicht aus dem, aus dem, aus dem Rick raus. Das fliegt auch nicht weg. Ja? Okay. Ja. Ja. Was kann man noch sagen dazu? Ich muss das erstmal verarbeiten. Wir haben neulich ja schon mal drüber gesprochen, deswegen war ich auch so erpicht drauf oder hab gehofft, dass wir das mal in so einer Sendung verarbeiten können, weil das eben Informationen sind, die der Laie nicht kennt und das sich dann im Laufe der Zeit halt eben so verselbstständigt hat. Wenn ich das jetzt so, wie es Frank vorhin auch gerade angedeutet hat, zusammenpacke, das komische Verhalten vor dem Sprung, auf dem Platz, mit dem Schlüssel, mit der Telefonnummer, dass der Sprungleiter gesagt hat, eigentlich hätte ich den von seinem Verhalten gar nicht mitfliegen lassen, aber eigene Maschine, da kann ich ihm es nicht verwehren und so, dann das frühe Ziehen und so weiter. Definitiv Suizid, würde ich jetzt als Kriminologe, als Kriminalbeamter, der den Fall untersucht, würde ich sagen, das ist die wahrscheinlichste Ermittlungshypothese. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte euch den Zuschauern die Informationen geben, die ich habe und wenn man dann ein bisschen guckt, was ist denn da wahrscheinlich, ja, und das überlasse ich ja bei euch, was ihr davon sagt. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache und zwar geht es darum, dass viele vermuten, beim Fallschirmspringen, dass so ein Fallschirmspringer leicht, also dass so ein Schirm hier leicht zu manipulieren ist. So, dass du den Schirm dann anziehst und ja, quasi, dass irgendeiner dich halt töten möchte und das geht ganz einfach und das ist auch Quatsch, weil wir haben hier den Reservegriff, ne, so und hier ist das Kabel, was den Reservecontainer öffnet, weil du ziehst ja dann das Kabel raus, so und das zeige ich jetzt hier mal und hier ist die Klappe, die den Reservecontainer verschlossen hält. So, hier sieht man die Plombe. Diese Reserven, die dürfen nur von Fallschirmwarten, also ausgebildeten Leuten, gepackt werden, die werden auch einmal im Jahr, werden die müssen, muss der Fallschirm, das Fallschirmsystem wird überprüft und einmal im Jahr wird die Reserve auch rausgeholt aus dem Container, von den Fallschirmwarten, das dürfen auch nur die machen und dann wird der Schirm gelüftet, nicht, dass er sich mit der Zeit verpumpt. In Deutschland ist es ein Jahr, ich meine in Amerika wäre es sogar alle sechs Monate. Durch Feuchtigkeit, wenn er falsch gelagert wird, nass wird oder irgendwas, dass der nicht verklebt oder so. Was auch immer, einfach so, der wird einmal im Jahr dann neu gepackt, da gibt es auch dann, hast du dann extra hier so einen Pack-Nachweis, wo das eingetragen wird, ja. Das ist wie so ein Fristenheft beim Auto, wo du das... Wie ein TÜV beim Auto, genau. Ja, ja, ja. So, und jetzt das Folgende, du hast hier bei dem Kabel, hast du Spiel. Das heißt, wenn ich hier jetzt drücke und das ist immer das, was ich am Platz auch gemacht habe. Also, wenn ich zum Platz gekommen bin, habe ich meinen Fallschirm rausgeholt, Cypress eingeschaltet und geguckt, ob diese Verbindung hier, ob die frei ist. Ja? So, das heißt, ich merke das. Wenn jetzt einer meint, er müsste irgendwo das Kabel durchschneiden, dass ich die Reserve nicht öffnen kann, dann kannst du das ganz leicht kontrollieren. Seht ihr das? Wir sehen jetzt die untere Hand nicht, aber wir sehen jetzt nur das obere, genau. Ja, okay, du ziehst es, genau, alles klar. Ja, ich ziehe das hier und du ziehst es. Okay. Ja? Es läuft frei, ja? Und so, das heißt, das hier ist meine Lebensversicherung und die kann ich einfach mit diesem Kabel kontrollieren, ob das funktioniert. Ja? Dann habe ich hier die Plombe dran. Ja? So. Es gibt, das hat mir auch ein erfahrener Springer gesagt, es gibt eine Möglichkeit, den Schirm so zu manipulieren, dass du es nicht merkst. Also doch. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Also doch. Ja, es geht. Ja. Es geht. Dass du als Springer nicht merkst, dass jemand dich umbricht möchte. Ja. So, das heißt, du nimmst eine Spritze und spritzt in beide Schirme mit einer Kanülle Sekundenkleber rein. Mhm. So, dann ziehst du den Hauptschirm, der kommt raus, öffnet sich aber nicht, weil er komplett verklebt ist. So, dann trennst du den ab, ziehst die Reserve und die ist auch verklebt. Und die Kraft von dem Windstoß würde diesen Kleber nicht aufreißen, aber eher das Segel dann, das Tuch zerreißen dann wahrscheinlich, oder? Ja, also wenn du, das ist ja, das ist ja so ein, der Allschirmstoff, das ist ja, wenn du da Sekundenkleber reinklebst, also, dann ist der Schirm im Arsch. Also, ja. Gut, aber das können wir ja ausschließen bei Möllemann. Natürlich, du würdest dann, du würdest dann spätestens am Boden merken, oh, da hat jemand in die Schirm. Ja, zumal sein Schirm ja offen war und ich wusste gar nicht, dass tatsächlich auch die Beobachtungen, die Augenzeugen, die das auch so detailliert vom Boden aus dann beschreiben konnten, wie er sich tatsächlich auch verhalten hat, in welcher Lage er geflogen ist und dass er sich noch die Brille im letzten Moment weggerissen hat, das ist ja, ja, also, du überlässt die Interpretation uns, hast du gesagt, ja, ich wage mal, zu behaupten, nach der Schilderung ist es doch zu 99 Prozent klar, dass hier weder ein Unfall noch eine Fremdeinwirkung stattgefunden hat, sondern hier ganz klar der Freitod beobachtet wurde. Ja, Unfall haben sie dann nicht ausgeschlossen. Mir hat jetzt noch jemand erzählt, ja, der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft wäre so gewesen, dass auch Mord nicht ausgeschlossen wäre. Das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was genau der Abschlussbericht sagt. Es ist, es ist so, Unfall, was könnte ein Unfall denn sein? Könnte ja in dem Moment einen Herzinfarkt gehabt haben, vielleicht, dass es ein Unfall war. Könnte ja irgendeinen Blackout gehabt haben, hätte er Drogen genommen, aber ist das Unfall? Ich weiß es nicht, ja. So, nur wenn man dieses Gerät hier, wenn man das verstanden hat, dann ist es, ja, soll jeder selber entscheiden, was er denkt. Ja? So, auch, auch dieses, diese Geschichte mit dem Cypress, dass das nicht an war. Es ist so, ich komme zum Platz, ich packe meinen, also, ich rede jetzt von mir, ich packe meinen Schirm aus, mach Cypress an. Erste, was du tust, lernst du auch in der Ausbildung. So, dann, ähm, kontrolliere ich die Reserve, ja, ob die, ob das kabelfrei ist. So, viele Springer machen es, wenn sie zum Platz kommen. Ich habe es vor jedem Sprung gemacht. Ich habe vor jedem Sprung nochmal kontrolliert, ist Cypress noch an, ja, und ist das kabelfrei. So, wenn ich Möllemann wäre, der ja in einer Sache war, wo man sich vielleicht dann auch vorstellt, ja, vielleicht möchte mich jemand umbringen, dann würde ich das doppelt und dreifach machen. Ja? So, und das ist halt der Punkt. Dann gibt es die mehr noch davon, dass er sich der Kontrolle entzogen hätte. Der gegenseitigen Kontrolle der Fallschirmspringer. Das ist auch Blödsinn, weil die Schüler werden kontrolliert. Bei den Schülern ist es auch so, dass beim Schülergurtzeug ist Cypress hier hinten offen zu sehen, damit der Sprunglehrer kontrollieren kann, ob es an ist. Spätestens im Flieger auch nochmal, kurz bevor es rausgeht, oder? Genau. Und bei den meisten, also bei vielen Fallschirmsystemen ist Cypress hier hinten drin, am Rücken. Ja? Also hier irgendwo in dem Bereich ist das bei vielen. Und das hat auch seinen Sinn, weil, wenn du im Flugzeug sitzt, du ja auf dem Boden hintereinander, ne? So, und da möchte eigentlich niemand, dass jemand an deinen Cypress geht. und wenn das außen wäre, beim Fallschirm, dann könnte der, der hinter dir sitzt im Flugzeug, das Ding ausstellen, ohne dass du es großartig merkst. Ja? Bei mir ist es so, dass es hier halt in der Reserveklappe verbaut ist und das würde dem Flugzeug auch auffallen. Ja? Wenn dir einer das Ding hier hinten aufmacht und dann einen Schirm rumpfohlt und die Klappe hochmacht. von daher ist das auch sicher, weil da würden die anderen Springer sagen, hör mal, was machst du da an dem Schirm da? Bist du doof oder was? Mhm. Wisst du, was ich meine? Ja, ja. Habt ihr Fragen irgendwie? Zum Ablauf selber nicht mehr, sondern eher noch die Frage, was kann ihn zu diesem letzten Schritt gezwungen haben? Also, ich habe das damals mitgekriegt eben auch, weil er war ja Minister und Wirtschaftsminister und er war wirklich ein Mensch, der in der Bundespolitik sehr groß war und diese Flugblatt-Affäre hat damals riesen Schlagzeilen gemacht, aber was ich eben damals gelesen habe, war, was gegen die Suizid-These spricht, ist, dass er noch so voller Pläne war, dass er eigentlich noch vorhatte, jetzt nochmal durchzustarten. Da war doch dieses 18-Prozent-Thema damals in dieser Fotostrecke von diesem Spiegel, da war das eben auch nochmal so drin, diese 18 Prozent, das war doch dieses große Thema FDP, dass die zur großen Kraft werden wollten und so und da haben viele gesagt, es ist doch unlogisch, wenn jemand quasi so durchstattet nochmal, dass er sich dann da selber das Leben nimmt, ja, aber man kann halt nicht in jemand reingucken. Ja, aber ich meine, ich habe auch schon, auch im jugendlichen Alter, habe ich auch schon manchmal gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr, ist natürlich nie so weit gekommen, aber es gibt auch genug Menschen, wenn die sagen, jetzt habe ich Stress mit meiner Frau, Stress auf der Arbeit und so, ich habe einfach keinen Bock mehr, ja, das gibt es halt, Depressionen, denk an den Fußballtorwart Ehmke, der sich da, Ehmke, genau, Robert Ehmke, der sich, der sich, ein erfolgreicher Fußballer, der Millionen verdient, wirft sich vor den Zug, Depressionen, wie viele Menschen haben Depressionen, das ist natürlich alles Spekulation, man weiß es nicht, vielleicht war es eine Kurzschlusshandlung, vielleicht ist er am Telefon in irgendeiner Form erpresst worden, was auch immer, das kann alles mögliche sein, es ist auf jeden Fall klar, meiner Meinung nach, dass er in den Selbstmord irgendwo getrieben wurde, das kann ich mir schon, also klar ist es auch nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass er halt das alles nicht mehr ausgehalten hat, diesen Druck, ja, und, ja, aber das ist, was soll ich sagen, es geht halt einfach nur um diesen Tag und diesen Tag habe ich von so vielen verschiedenen Personen geschildert bekommen und da kann sich jetzt jeder seine Schlüsse draus ziehen, auch mit dem Fallschirm, System, ja, es ist, ähm, es ist einfach so, warum, warum trennt man eine Hauptkappe ab, die funktioniert, warum macht man das, die war voll funktionsfähig, das haben alle gesehen, warum macht man das, warum pullt man so hoch, ja, warum, warum, warum nimmt man die Einladung nicht an, ähm, mit den anderen zu springen, also, ja, alles eine Menge Indizien, äh, nix, äh, beweist es, aber, die Fülle der Indizien, der Ablauf ist für mich doch recht eindeutig, überlassen wir den Zuschauern auf jeden Fall das Urteil, aber vielen Dank mal, äh, diese ganzen Fakten zu diesem Fall einfach in der Form, äh, zusammengetragen zu haben, weil es dann doch zur Meinungsbildung, sehr dienlich ist und, ähm, mit Sicherheit sogar, äh, überrascht, äh, äh, weil doch viele Zuschauer bis heute bestimmt angenommen haben, ja, das kann eigentlich nur, äh, Mord gewesen sein, ähm, von daher, äh, vielen Dank für die Ausführungen, dass man auch hier mal ein bisschen, Licht ins Dunkel bringt und, äh, am Ende vielleicht dann doch nicht überall die große Verschwörung ist, wo vielleicht dann doch, äh, die Erklärung, ähm, ja, viel, viel einfacher ist. Ja, man muss halt gucken, das heißt ja nicht jetzt, ähm, dass ein Barschel nicht umgebracht wurde oder so, nö, das ist ja ein anderer Fall. Kann man, kann man daraus nicht ableiten und nur, man muss halt immer gucken und, äh, was mich so irritiert hat, als ich damals dann die Ausbildung fertig hatte und, ähm, ich hatte ja auch einen schweren Unfall bei meinem 18-Sprung, aber man muss halt, ähm, wissen, wie das wirklich funktioniert. Moment, Moment, im Mittelteil, du hast bei deiner Ausbildung beim 18. Sprung einen schweren Unfall gehabt. Ja. Beim Springen. Ja, ja. Schön eingeschlagen. Weil du zu spät gezogen hast oder falsch gelandet bist, oder? Nein, 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 nein. Also, folgendermaßen, ich bin zum Platz gefahren und du bist, ähm, falsch im Springen ist die absolute Sucht, ja, ist die absolute Sucht und, ähm, gerade wenn du anfängst und, äh, dann, äh, dann, ja, später auch. Auf jeden Fall bin ich zum Platz gefahren und wir wollten in den Zoo nach Münster mit den Kindern. Und, das liegt natürlich, Mahl liegt dann auf der Strecke. Und dann habe ich, noch einer, einer geht noch, so nach dem Motto, oder? Nein, dann, die Kinder ins Auto und, äh, ich dann so, hey, Leute, jetzt kommt jetzt, Einsprung kann ich schon schnell machen in Mahl, ne? Und dann fahren wir weiter zum Zoo. Ja, gut, okay, dann war alles gut und die Kinder hatten auch, ähm, so gar nicht große Lust immer zum Platz mitzukommen. Ich habe die öfter mitgenommen, aber für die ist das halt langweilig, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, bin ich dann da angekommen. Ja, und dann ist Folgendes passiert, dass, ähm, ein neues Flugzeug am Platz war, schon mal das erste, was ich nicht kannte, das Flugzeug und die, die Klappe. Und dann war es zum ersten Mal so, dass ich als erster raus musste, weil in dem Flieger waren fast nur Tandems und, und zwei Birds und ich war der einzige Einzelbauspringer. Ja, das heißt, von der Sprungreihenfolge her war ich der erste. So, 18. Sprung, das erste Mal war es dann, dass ich die Tür aufmachen musste. Ja, und übrigens, das ist auch ganz witzig, das muss ich erzählen, ich musste immer, bei unserer Cessna Caravan musste ich immer lachen, äh, beim Exit oder schmunzeln, weil da gibt es den Windshot und da sind so ganz viele Aufkleber drauf gewesen von allen Vereinen und so weiter, ja, und ein Aufkleber auf dem stand, deine Mutter ist dagegen. Ich musste jedes Mal, ich musste jedes Mal, wenn ich diesen Aufkleber geschehen habe, lächeln und bin da mit einem Lächeln rausgesprungen. Dieses, deine Mutter ist dagegen, war einfach richtig gut. Okay, warum bist du eingeschlagen? Was, was, ich spare mich jetzt nicht so auf die Folter. Okay, so, also dann sagt man beim Fallschlusspringen, du sollst niemals äh, zwei Sachen, zwei neue Sachen gleichzeitig machen. Also wenn du dir einen neuen Höhenmesser und neuen Helm kaufst, erst den Höhenmesser springen, alleine mit deinem alten Equipment, ja, und wenn du den dann ein paar Mal gesprungen bist, dann nimmst du den neuen Helm dazu und springst den dann. Aber nicht gleichzeitig neuer Helm und neuer Höhenmesser. Also nie zwei Sachen neu ausprobieren, ja. So, und für mich war es dann neu, das Flugzeug, erst mal, dass ich aus einem anderen Flugzeug, aus der gewohnten Maschine geflogen bin, weil die unterscheiden sich, die unterscheiden sich vom Öffnen der Tür und so weiter, ja. Und dann war es das erste Mal, dass ich an der Tür als erster die Tür aufmachen musste. Und das ist aufregend, das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber es ist aufregend, so eine Tür aufzumachen. Ey, wenn du in 4000 Meter Höhe sitzt, dann, ich würde mich da nass machen, ganz ehrlich. So, dann bin ich raus und dann noch ein Fehler aufgrund, ja, der Hektik. Ich habe nicht nach, ähm, der Lande-Richtung gefragt. Okay, jetzt kommen wir näher. So, und dann gucke ich auf den Windsack und in 400, 500 Metern Höhe und der hängt schlaff runter. Es war kein Wind. so, und wenn kein Wind ist, dann wird immer die Lande-Richtung abgesprochen, das heißt, am Manifest steht dann, ist dann auch, ja, da musste fragen und es hing dann auch irgendwo ein Schild, wie die Lande-Richtung ist, ja. So, und die wusste ich nicht. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, komplett, weil ich denke, scheiße, wie in welche Richtung, zur Straße oder zum, zum Leuchtenhof. Leuchtenhof ist da so ein, äh, war da so ein, so ein alter Bauernhof, wo die Lampen verkauft haben und auf dem Dach, äh, stand große Leuchtreklame, Leuchtenhof. Und die wusste nicht, zur Straße landen oder zum, zum Leuchtenhof. Das ist komplett aus dem Konzept gebracht. Der ganze Stress vorher als erster aus dem Flugzeug springen, ja, und nicht als Vorletzter oder so. Es war alles, ähm, neu, alles scheiße. Dann waren noch die Kinder dabei. Und dann hatte ich, ähm, Farmer vorher, immer wenn die Kinder dabei waren, bin ich jedes Mal in einem Maisfeld gelandet, was ziemlich hoch war und was auch wehtut, wenn du im Maisfeld landest. Vor allen Dingen als Mann. Ja? So, und dann hatte ich, war ich so konfus und hab dann im letzten Landanflug, also in den letzten 100 Metern, war mir klar, ich lande wieder im Maisfeld. Und ich wollte diese Schmerzen nicht wieder ertragen und hab dann in einer Höhe von 100 Metern noch so leicht gelenkt, dass ich nach links rüberkomme. Und das war fatal. Weil, wenn du dann noch ziehst, ja, und eine Kurve fliegst, dann geht's in so geringer Höhe rasant runter. Ja, und dann stand da ein Mast, ähm, wo der Windsack dran hing. Der war noch, äh, relativ neu, weil wir hatten einen, ähm, wie sagt man, die Leute, die Metall verarbeiten, ähm, einen Schlosser. ein Schlosser, der hatte auch angefangen zu springen und der hat dann, äh, so einen tollen, äh, ähm, Masten aus Stahl dahin gesetzt. Vorher stand da eine flexible Stange, wohl aus Fiberglas oder so. Warum tut man das? Ja, 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 das war auch ganz witzig, äh, weil ich bin dann, äh, abgezogen und bin dann mit dem Gesicht in diesen Stahlmasten geknallt. Okay. Und das hier, äh, die Narbe hier? Ja, die ist davon noch. Okay, du hast ja den Kiefer schwer verletzt, oder? Warst aufgeschlagen? Ja, beide Kiefer gebrochen. Oh, scheiße. Dann der, der Unterarm, hier hab ich auch noch so eine lange Narbe gebrochen und, ja, meine Zähne waren komplett zerstört. Ach, du Scheiße. Ja. Und ich hatte einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher war ich beim Zahnarzt und hatte eine Zahnreinigung. Das ist dann die Ironie an der Geschichte. Oh mein Gott. Das war auch total witzig, weil der Zahnarzt, wo ich war, das war ein Schulfreund, mit dem war ich zusammen äh, in der Schule und dann kam ich, dann war ich irgendwann zu Hause und dann mussten die Zähne noch gerichtet werden und das war echt ein Schrotthaufen, den ich im Mund hatte. Also wirklich, das, äh, Machen wir mir, das müssen ja unglaublich Schmerzen gewesen sein, dieser Aufschlag. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall musste ich dann zum Zahnarzt und war dann hinterher auch bei so einem Kieferchirurgen, die haben dann alles neu gemacht, sieht auch schön aus äh, und ich kam dann rein beim Andreas Zahnarztpraxis und hab zu ihm gesagt, Andreas, du bei der Zahnreinigung ist irgendwas schiefklappt. Und dann kam es mit so einer Also den Rohr hat es dich nicht gekostet sozusagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und der guckte schon so und sagte, nee, nee, Helmut, ich hab schon gehört, was dir passiert ist. Okay, okay, also danke für das Beispiel. Ich wollte eigentlich nur wissen, was passiert ist und zehn Minuten später hab ich dann erfahren, du hast den Kiefer gebrochen. Wahnsinn, Helmut. Ach, und dann bist du weitergeflogen, ich verstehe das gar nicht. Ich war, ja, ich war dann im Krankenhaus eine Woche und dann wurden die Zähne gerichtet mit so Drahtseilen. Das waren solche Schmerzen, das kann man sich nicht vorstellen. Und der Arm ging allerdings, da haben die dann so eine Platte reingebaut. Ach, Arm auch noch gebrochen? Ja, ja, der Unterarm, die Elle. Ach, jetzt. Okay. Ja, aber ich war dann, tatsächlich war ich dann zwei, drei Wochen später bin ich zum Platz und hab ein Tandem gemacht. Ja. Offensichtlich gibt es bei diesem Sport eine Faszination, das kann man als Nichtspringer nicht nachvollziehen, da muss etwas sein, Adrenalin mäßig, der Ken Jebsen, der ist ja auch so ein, so, Saivan, K-1, kein neuer Name, scheiße, ich krieg's wieder nicht hin. K-1 Sufi, krieg's den auch nicht hin. Sufi Siawasch, K-1 Sufi Siawasch. Oder Lars Meerholz, genau. Das sind alles auch so, außen die Sprünge. Also Adrenalin-Junkies, irgendwas muss da passieren. Ich werde das freiwillig nicht machen, es sei denn, der Flieger geht sowieso runter, dann würde ich das ausprobieren. Aber Helmut, wirklich, danke für dieses detaillierte Beispiel am Fall von Jürgen Mellemann. Final werden wir es nicht wissen, aber ich glaube, viele von uns Zuschauern oder auch wir jetzt, können uns da doch ein besseres Bild machen nach diesen Schilderungen und ich wünsche dir auf jeden Fall jedes Mal, dass du, wenn du die Hauptkappe ziehst, dass die auch als erstes rausgeht und dich sicher nach unten bringt. Ja, ich glaube, ich werde nicht mehr springen. Bist du durch mit dem Thema? Ja, ich habe ja zuletzt, weiß nicht, 2013, 2014, war ich noch mal in Dubai zum Springen und dann kam aber, ja, dann kam die Hautkrankheit. Wenn es interessiert, wenn jemand sagt, ja, wieso kann man denn wegen einer Hautkrankheit nicht springen, dann einfach mal Dyshydrosis googeln, die hatte ich nämlich und da hast du, ich hatte fünf Jahre lang die Hände komplett offen und die Fußsohlen komplett offen und damals war ich komplett durchtrainiert, ich war fünfmal die Woche im Fitnessstudio, ich habe 84 Kilo gewogen, 15 Prozent Körperfett, ja, ich war komplett fit, ja, mit 40 und, ja, dann kam die Krankheit, Sport ging gar nicht, ich konnte auch teils nicht arbeiten, ja, weil du konntest, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht laufen damit, ja, und das ist so eine, so eine beschissene Krankheit, die kommt und ich war bei zig Ärzten, dann haben sie mich vollgepumpt mit, hier sag mal, ja, das Kortison, kein Sport mehr, dann bin ich aufgegangen in Honigkuchen, ja, von 84 Kilo auf über 100 und, ja, ähm, okay, wir verstehen es, ja, okay, ich kann es gut nachvollziehen, dass du da jetzt gesagt hast, das ist Teil deiner Vergangenheit, aber du hast es erlebt, weißt du, du hast es gemacht und kannst damit natürlich dann auch leben, also, puh, ähm, für heute machen wir Schluss, Helmut, wir sind durch, wir haben ja, wir sitzen ja auch schon die zweite Stunde hier, ähm, wir sehen uns, wann, zum ersten Mal live, das wird sich dann auch demnächst ergeben, irgendwann mal, glaube ich, 5. April, ne? Genau, am 5. April in Dürr-Röhrsdorf bei der nächsten Ruderbootaufzeichnung, äh, da wirst du einer unserer vier spannenden Gäste sein, darauf freuen wir uns auf jeden Fall, ja, für heute, also, vielen Dank, ihr Licht ins Dunkel gebracht zu haben, für mich, ja, ich habe mir jetzt mein Urteil gefällt, ähm, und, äh, bin dir sehr dankbar dafür, dass wir in so einem Format auch mal sehr, sehr ausführlich und, äh, detailliert auf so einen Fall eingehen, äh, 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 dafür vielen, vielen Dank, ja. Ja, ich danke euch, hat Spaß gemacht. Und ich muss mich für meine naiven Fragen entschuldigen, ja, kam vielleicht ein bisschen trottelig hier und darüber, aber, äh, es soll ja auch jeder verstehen und von daher, ähm, ich habe ja wirklich keine Ahnung von dem Thema, äh, äh, von daher, äh, passt das schon. Vielleicht hatte der eine oder andere dieselbe dumme Frage wie ich und in dessen Namen habe ich die dann gestellt. Ja, ich habe für einen Freund gefragt. Es gibt nur dumme Antworten. Robert, wenn ich zu viel Palabert habe, schneid es einfach aus. Äh, wird nichts geschnitten. Wird nichts geschnitten. Das geht hier live über den Äther. Also, Helmut, alles Gute, bis bald. Frank, dir auch. Wir sehen uns gleich an der Bar. Ja, genau so ist es. Weil wir werden ja Samstag gewesen sein, du weißt schon. Und nach draußen einfach, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao. Bisschen. 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 Bisschen.